Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen zu Hardcore Colonization am Sonntagabend. Schön, dass ihr sie einrichten konntet. Schön, dass ihr die Woche alle überlebt habt. In diesem Sinne auch erstmal Prost mit einem leckeren Matel und ein ganz herzliches Willkommen an alle von euch, die schon da sind. Ich hoffe, es ist alles sauber eingestellt und nichts hat sich vergestellt. Es war nämlich mal wieder Windows Update angesagt. Yay, Windows Update. Wir alle lieben Windows Updates. Und noch nie ist bei einem Windows Update irgendwas Schlimmes passiert. Hallo Mickey, hallo Kone Oster, hallo Carles, hallo Neo Kermin, hallo Lord Grimmisch, hallo auch an Crazy Day. Wenn wir die ganzen Namen machen, machen wir es heute bei allen, oder? Und dann natürlich noch hallo an den Torback Junior und den Tunda 600 und den Klopfer 195 und den Zermidis 01. Schön, dass ihr da seid und vielen lieben Dank für den Resub im vierten Monat an Tunda. Dankeschön. Und keiner gar natürlich auch hallo an dich. Und natürlich auch hallo an all die lieben Lurker auf der Couch. Fernsehsessel, was auch immer ihr bevorzugt, da bin ich sehr unentschieden. Das dürft ihr machen, wie ihr wollt. So, ich muss hier mal kurz alles ein bisschen zurecht sortieren. Sehr gut. Ich glaube, wir haben es soweit. Was werden wir heute machen? Wir werden heute ein Asteroiden-Ditektions-Sentinel-Gedöns-Teleskop starten. Ich habe das noch nie benutzt, deshalb ist das für mich heute auch mal Körbel-Neuland sozusagen. Bin sehr gespannt. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wie man das tut. Also bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Und wir haben parallel ja in der letzten Folge die Sonde nach Jol auf den Weg geschickt. Und müssen uns da jetzt natürlich noch drum kümmern. So, dann erstmal vielen lieben Dank an Etienne für den 22. Monat. Das war ein Echo. Oder ein Versprecher. Das kann man werten, wie man will. Für den 22. Monat Resub. Vielen lieben Dank an dich. Und dann natürlich ganz herzlich willkommen an Wöller und seine Raid-Begleiter. All die lieben Wöllerianer, die vorbeischauen mit einem ordentlichen Kapau und Chat. Ihr habt für heute also ausgekörbelt. Schön, dass ihr da seid. Und dann kommt direkt noch ein Sub vom Bastel hinterher. Dankeschön auch an dich. Ja, Mensch. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Bei mir war es eine intensive Woche. Ich war viel unterwegs. Viel gearbeitet. Und ich hoffe, ihr hattet eine sehr viel entspanntere Woche. Und habt es schön gehabt mit anderen Streams. Ich habe ab und zu auch mal einen Paus angeworfen. Der Wöller hat natürlich auch brav weiter mit dem Kerbel Chaos-Duo gemacht. Und jetzt sind wir aber wieder angekommen bei Hey, wir können einen Stream machen. Und Damit dann auch noch vielen lieben Dank an Kitty für 23 Monate Resub. Vielen lieben Dank. Nächsten Monat, Kitty. Nächsten Monat kannst du dir das hier einsacken. Ah, ich glaube, ich habe mit dem Autofokus schon wieder verkackt. Warte mal ganz kurz. Aber ich glaube, man konnte es erkennen. Und der liebe Furzbacke kann mir natürlich mal seine Adresse zuschicken. Dann können wir das direkt abwickeln. Der hat nämlich schon Anrecht darauf mit dem 25. Monat in Folge. Moin, Furzbäckchen. So, und ich muss hier mal den Autofokus nochmal raus autofokussen. Zack, zack, zack. So, alles gut. Ich mache das sehr gerne im Discord. Discord ist für mich immer einfacher nachzuvollziehen als Twitch-Chat. Der Twitch-Chat ist nämlich am Handy. Also Twitch Private Messages sind mittelgut zuverlässig auf dem Handy, habe ich gelernt. Mittelgut. So, jetzt noch mal einen Schluck trinken. Und dann zeige ich euch mal, worum es heute geht. Also, wir haben nämlich letztes Mal eine sehr teure Mission gefunden. Im positiven Sinne teuer. Die uns nämlich gute anderthalb Millionen gibt mit einer Mission. Und für die müssen wir mit so einem Sentinel-Infrarot-Teleskop in einem Solarorbit in der Nähe von EVE arbeiten, um Asteroiden zu kartografieren. Das halte ich für absolut machbar. Und das werden wir heute versuchen umzusetzen. Dann haben wir quasi zwei Sonden, die relativ zeitgleich interplanetar unterwegs sind. Einer nach EVE, einer nach JOL. Ja, und dann überlege ich gerade so ein bisschen, ob wir... Ich tendiere stark dazu, dass wir das DUNA Pro-Programm tatsächlich noch aktivieren, bevor wir losfliegen. Aber das können wir im Laufe des Streams noch diskutieren. Klopfer, vielen Dank auch an dich natürlich für den Resub im zweiten Monat. Dankeschön und weiterhin ganz viel Spaß bei Zukunft. Wir haben auch noch so ein paar Spaß-Sachen mit Landed at Körben. Die müssten wir auch noch irgendwie erledigen. Die bringen tatsächlich... Das hier bringt tatsächlich sogar relevant viel Geld. Müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Aber wir fangen an mit dem... Mit dem abgefahrenen... Ja, Instrument zum Kartografieren. Ich bin sehr gespannt. Und Karel, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen. Natürlich auch an dich. So. Ich denke, it all begins with a Probechor am Ende. Ähm... Obwohl, wir können auch mal gucken, ob es beginnen darf mit dem Sentinel. Ne. Darf es nicht. Ähm... Das Sentinel war aber relativ groß. Wir könnten nämlich den Probechor einfach auch brav einpacken. So. Zack. Und dann packen wir ihn nämlich in ein... In ein 1,25er... Ich weiß es nicht. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, ein 1,25er würde reichen. Ja. Guck mal, wir haben ein 1,25er... Da haben wir ein 1,25er Gehäuse, auf dem das sitzt. Bungu! Hey! Willkommen zurück! Oder... Oder... Wir machen das noch ein bisschen anders. Mensch, Borki! Hi! Grüß dich! Und vielen lieben Dank für den Raid. Und willkommen an dich und deine Zuschauer. Und... Vielen lieben Dank für den Resub, auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir mal schauen. Vielleicht macht es sogar so mehr Sinn. Dass wir uns ein bisschen mehr Platz verschaffen. Obwohl, dann wird die Rakete wieder so groß, ne? Ne, ich bleib bei dem Kleinen. Die erste Gedanke war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir können ja... Wir können ja außerhalb der ganzen Geschichte spielen. So sieht das auch noch ein bisschen stylischer aus. So. Borki, ich weiß nicht, ob du mich da schon gehört hast. Also ganz herzlich willkommen nochmal an dich und deine Zuschauer. Wir machen eine Astro-In-Scan-Mission. Hoffe ich. Ich hoffe, dass das Spiel das auch so sieht. So. Was werden wir noch brauchen? Wir werden auf jeden Fall gute Antennen brauchen für die Nummer. Und wir können gleich mal, wenn wir schon dabei sind, wahrscheinlich ein Relay bauen. Das gucken wir uns gleich mal an. Wir sollten es nicht übertreiben mit Größe und Sprit und allem drum und dran. Aber wir sollten es halt auch nicht untertreiben. Ich überlege tatsächlich, ob wir den... ...Nukularen Trieb nutzen. Weil dann hätten wir relativ instant... ...und dich muss ich umstellen. Man kann ja so viel benutzen, ne? Liquid Hue. Guck mal, da hätten wir relativ instant 3000 Delta V. Also das wird gleich noch ein bisschen weniger durch die Sachen, die wir noch anbauen müssen. Aber das wäre doch schon mal eine Maßnahme. Huch. Das wollte ich nicht. Hä? Das wollte ich auch doch. Ne, das wollte ich auch nicht. Das wollte ich. So, jetzt ist die Frage, verbraucht das Ding irgendwie Strom? Nö. Es scheint einfach nur ein Teleskop zu sein. Aber wir sollten genug Strom mitnehmen auf jeden Fall. Die gute Nachricht ist, wir gehen nah an... Wir gehen nah an die Sonne ran. Und Megalix, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen. Das heißt, wir könnten drüber nachdenken, ob uns die kleinen Teile nicht ausreichen tatsächlich. So, wir haben jetzt 2000 Electric Charge auf Reserve. Wir haben ausklappbare Solarpaneele, genau. Und jetzt wäre noch die Überlegung, versorgen wir das Ganze noch mit Relay-Antennen einfach, weil wir es können. Das ist die RA2, das ist die RA15. Oh, die kostet auch richtig viel, die freizuschalten, ne? Aber die hätte, die hätte natürlich den wunderschönen Effekt, dass wir gleich noch einen COM-Satelliten hätten. Mit 30 Giga Reichweite. Wollen wir das gleich so machen? Ich meine, das kostet uns jetzt zwar ein bisschen Reichweite. Von der ganzen Geschichte, aber... Und dann können wir nämlich noch sagen, wir nehmen noch eine, so eine hier mit. Oder zwei wahrscheinlich sogar. Für unser persönliches Vergnügen. Zack. Zwei Satelliten zusammen mitnehmen. Hm, ne, ich glaube, ich werde nur einen machen, weil ich kriege nur für einen Auftrag bezahlt. Also ich glaube, ich werde es so machen. So. Sieht das so ganz gut aus. Dann haben wir nämlich eine schöne... Ich glaube, das würde ich nicht anbauen. Hm. Ich glaube, das ist so ein österreichisches Ding, crazy. Dieses Kinder anbauen. Ei, ei, ei. So. Andere... Andere Experimente sehe ich gar nicht so sehr, dass wir die brauchen. Ich glaube... Wir bleiben erst mal dabei. Zack. So. Und jetzt tüten wir das Ding schön ein. Ah, ja. Okay. Ne, das ist eine Redewendung, die es zumindest in dem deutschen Sprachraum, in dem ich mich bewege, so nicht gibt. Und hallo Hugo. Ne. Habe ich so noch nicht gehört, zumindest. So, wir machen 1,8er Fairing. Das sollte reichen, um diese Antennen da drin einzupacken. Hoffe ich zumindest. Sieht gut aus. Kann sogar noch ein bisschen schmaler. So, dann haben wir einen recht hübschen Deckel für unsere Payload. Das ist dann auch nicht zu viel. Die Kiste hat immer noch 2.800 Delta V. Das sollte lockerflockig reichen. So. Und den nennen wir mal den Asteroiden... Entdecker. So. Das war richtig kreativ. Wow. Habt ihr gesehen, wie mein Gehirn ausgefallen ist während dem Tippen? Ich hab's spüren können. Ich hab spüren können, wie mein Gehirn ausgefallen ist währenddessen. So. Schön. Was so in Scanner klingt auch ein bisschen... Ja, Meruan, I go with you. I go with you, Entdecker. Das ist halt einfach nicht so, ne? Sehr kreativ. Ja, deshalb gibt's ja auch die Möglichkeit, mit euren Treuepunkten Raketennamen einzubauen. Äh. Namensfindung war noch nie das, was ich mein Spezialgebiet nennen würde. So. Zack. Was heute erfolgreich auf der Rennstrecke unterwegs ist. Ich nehme an, dass das eine gute Sache ist. Vermute ich zumindest. So. 1305. Das ist wahrscheinlich gar nicht schlecht, um uns in Eject zu fliegen bei 088. Da können wir eigentlich mit ein bisschen mehr Kapazität an die Sache rangehen. Das wäre dann quasi der Eject... Eject, 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 Eject. Ja. Eject aus der Atmos... Ach, der Atmos 4 aus der Umlaufbahn. So, dann 18er Decoupler. Nope. Kein 18er Decoupler. Because of... Ich glaube, jetzt liegen die beiden Dockpunkte so genau übereinander. Na gut. Jetzt wird er schon wieder so lang, ne? Hm, 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 hm. Jetzt wird er schon wieder... Oh, guck mal. Der Cipro hat gerade 99 gerollt beim Gämbeln, glaube ich. Nicht schlecht. So, da machen wir... Ich glaube, ein Skipper reicht nicht. Aber da können wir eigentlich schön zwei... Zwei Booster noch dazu packen. Und uns des fliegerischen Lebens freuen. Ich mach da mal noch einen kurzen mit dran. So, dann sind wir Atmosphärisch bei 0,7. Ich glaube, das Ding... ...taugt ganz hervorragend. Für so diese klassischen langen Booster. So, guck mal, das war 1, 3, 6. Das sieht doch gut aus. Oh, das schalten wir es hier noch ein bisschen. So, und dann müsste eigentlich... Oh, das hat richtig gut funktioniert Streamlabs. Das mit dem Clip. Hm, recent clip bei Nobody. Dankeschön für diese gute Funktion. Ah, schön. Wer auch immer geclippt hat, gerne den Clip selber posten. Was gibt das? Eine Rakete, hoffe ich doch sehr. Und missionsmäßig geht's heute nach... Naja, nach dem Solarorbit. Nach dem Solarorbit hin. Schönes Quote. Sehr schönes Quote. Zack, zack, zack. Ich glaube, das wird schon sehr viel eher kommen. Aha, aha, aha. Ja. Kerbalorbit, ja, natürlich. Aber Sonne verstehen die meisten einfacher. Korrekt ist natürlich der Kerbalorbit. Also, ich denke, mit 9000 Delta V ist das auch schon wieder völlig overcommitted. Ich denke, damit kommen wir ganz gut klar. Die Funkreichweite müsste eigentlich reichen. Auch gerade mit den Relayantennen. Ich bin mal... Guter Dinge. Und herzlich willkommen ans Nerfunk. Guss dich. Und Arnold, natürlich. Vielen, lieben Dank für den Resub. 19er Monat. Auch mit großen Schritten in Richtung der Zwei-Jager unterwegs. Ja, dann lasst uns das Ding mal starten, würde ich sagen. Das wird ja nicht besser davon, dass es in der Halle rumsteht. Und das hat ja noch ein Stück zu fliegen. Und da wir in einen Kerbal-Sonnen, wie auch immer ihr es nennen wollt, Orbit in der Nähe von EVE fliegen müssen, Ist es eh egal, wann wir starten. Wir haben kein Startfenster, an das wir uns halten müssen. Von daher, ab dafür. Ich glaube, die Rakete sollte sehr, sehr gut fliegen. Die ist wirklich sehr simpel. Keine großen, komplexen, abgefahrenen Todes-Stagings irgendwie drin. Und dann müssen wir das Ding natürlich in Position fliegen. Ich denke, das wird ein bisschen dauern. Das wird sicherlich ein paar Monate fliegen, bevor wir da sind, um nach Astroin zu scannen. Aber dann ist schon mal der Weg dahin eingeleitet. Und wir können uns währenddessen mit dem Duna-Kram weiter beschäftigen. Und es darf und vielen Dank auch für dein Follow. Und ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten. So, ihr seht, wir haben noch 13 Tage bis zum Johl-Fenster und 51 Tage bis zum Duna-Fenster. Das heißt, wir können uns noch ein bisschen Zeit lassen. Beziehungsweise die Zeit mit etwas Sinnvollem verbringen. In diesem Falle Raketen-Statten. Wo sind wir denn gerade? Vielleicht stehen wir ja zufällig gerade in einer sehr guten Position. Und ich glaube, wir stehen tatsächlich in einer sehr guten Position. Wir können eigentlich fast, naja, fast direkt durchbrennen. Nee, nicht wirklich. Schade, ein bisschen. Wir könnten natürlich einen Tag warten und dann erst starten. Das machen wir mal. Haben wir irgendein Problem mit Strom oder so? Nee, ne? Sehr gut. Was muss das tun? Was hier schon mal passiert? Contract complete. Achso, das waren unsere Touristen-Missionen vom letzten Mal. Hey, und das Surface Deployzeug bringt auch fröhlich Wissenschafts-Sachen zurück. Na, dann können wir versuchen, den Herrn Oberth so gut wie möglich auszunutzen, indem wir einfach direkt aus dem Start raus brennen, bis wir die Körben-Umlaufbahn verlassen. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Und wie gut nicht. Feuer frei. Ich hoffe, wir haben bis dahin genug Treibstoffe ausgebrandet. So, die Rakete ist unterwegs. So, ich bin gespannt, wo unsere Trust-Wert-Ratio gleich hinfällt. Ich befürchte, dass die ziemlich ins Bodenlose droppen, sobald die Boos dann leer sind. Aber mal sehen. Ja, 097 ist nicht so gut. Aber gut, gibt ihm ein bisschen Zeit für den Gravity-Turn. Ich hoffe, wir verlieren nicht zu viel Höhe. Äh, Geschwindigkeit. Nicht Höhe. So, ich muss jetzt mal gucken, dass er langsam die Nase umnimmt. Ich zwinge ihn jetzt mal ein bisschen dazu. Nicht zu stark, aber... Man muss schon gucken, dass er jetzt langsam mal geht. Also, wir sind eigentlich kopflastig genug. Das Asteroidenexperiment scheinbar nicht genug wiegt. So, und jetzt beschleunigen wir den Hobel mal raus. Ich denke, das Fairing können wir uns jetzt langsam verabschieden. So, sieht gut aus bis hierhin. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich glaube, das läuft alles sehr zufriedenstellend bisher. Mal gucken, wie der Orbit eigentlich aussieht, auf dem wir müssen. Ist das dieser hier? Okay, wir müssen vielleicht nochmal detaillierter nachgucken. Okay, 0 Degree Inclination. Das müsste ganz gut klappen mit unserem Exit. Und da haben wir auch die Werte. Und da kommt auch schon die Sonne raus. Sehr schön. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Okay, die Orbit haben wir geschafft. Jetzt brennen wir uns noch den Rest zurecht. Und nächste Stage. Auf geht's. Caps Lock ist noch vom Docking angewiesen. Na gut. Das ist halt die Verzillen. Boy, Major, na? Bist du durch mit Borderlands? Erzähl mal nach den ersten zwei Tagen Borderlands. Wie ist es so? Wie spielt sich Borderlands 3? Nicht so meine Art von Spiel, aber bestimmt für den einen oder anderen von euch eine interessante Information. Falls ihr nicht schon gesuchtet habt für die Großen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier unseren Exit fliegen. Das sieht auch schon ganz gut aus. Die Richtung sieht auch sehr gut aus. Den werden wir jetzt ordentlich beschleunigen. Mal gucken, dass wir nicht zu weit rausdrücken. So, jetzt haben wir einen Exit. Der zieht sich hier drüben auch schon runter. Stopp. 11, 0, 2, 1, nee, 0, 1, 2. Okay, wir können noch ein bisschen die Piriapsis drücken. 11, 0, 1, 2. Das war ein bisschen zu viel, aber das können wir gleich noch korrigieren. Okay, das sieht gut aus. Okay. Wobei, wir können die Piriapsis runterdrücken auf 10, 8, 4, 7. Haben wir das schon mal. Und verkürzen auch gleich noch die Zeit bis dahin. 8, 8, 4, 7. So. Jutti. Unterwegs. Mit dem Sentinel-Teleskop. Macht Spaß, nur dezent süchtig. Also Ziel der Mission ist es, dass wir dieses Asteroiden-Aufklärungsteleskop hier in eine bestimmte Umlaufbahn bringen, um von dort 20 Asteroiden zu tracken, die bestimmte Werte haben. Der sagt mir hier einfach irgendwie Bescheid. Also, ich vermute, ich muss Object-Tracking dann starten mit dem Sentinel-Teleskop, sobald wir den Orbit erreicht haben. Und dann werden wir irgendwann hoffentlich eine ausreichende Zahl getrackte Asteroiden haben, um die Kohle zu kassieren dafür. Und das ist definitiv eine mechanische Tastatur im Hintergrund. Natürlich. Manchmal ist sie auch im Vordergrund. Wie es halt so ist. So, wir machen hier mal einen Reminder für den Sphere of Influence Change rein, dass wir den mitbekommen. Und dann können wir mal gucken, wo sich unsere andere... Seht ihr sie? Irgendwo muss hier noch ein Stirnfried unterwegs sein. Aber in die Richtung eigentlich. Wo ist denn der Yule Explorer? Ich glaube, da müssen wir einmal über die Tracking Stations. Hilft nichts. So, das Ding ist unterwegs. Solarpaneele sind draußen. Das Ding ist noch auf Standby. Ich glaube, es passt. Ich glaube, es passt. Du hast jetzt seit letzter Woche wieder KSP ausgepackt. Sehr gerne. Sehr gerne. Es ist ein Spiel, das sich als Investition auf jeden Fall gelohnt hat. Also ich glaube, ich habe nicht mal mehr einen Cent fürs Spiel bezahlt pro Spielstunde. Nicht mal mehr einen Cent. Also einfach, weil ich es sehr günstig gekauft habe und sehr viel gespielt. Oh Gott, habe ich es viel gespielt. So. Dann machen wir einmal den Yule Explorer auch noch in die Planung mit rein. Dann würde ich, glaube ich, nochmal in die Wissenschaftsdaten gehen. Mal gucken. Wir gucken erst mal. Ach, der ist gerade im Moon-Vorbeiflug, oder? Ah, wir sind gerade mitten im Gravity Assist vom Moon gewesen. Deshalb habe ich ihn nicht erkannt, weil er gerade wahrscheinlich nicht gut gemappt wird in der Übersicht. Ich verstehe. Okay. Dann ist er in vier Tagen draußen. Dann fliegen wir ihn doch mal und mappen ihn kurz rein. Also in die Uhr ins Tracking mit reinnehmen, ins Zeit-Tracking, wann er da ankommt. Obwohl wir eigentlich warten können. Wir können warten auf das Körben-Yule-Zeitfenster mit ihm. Aber er macht gerade den Fly-By. Gerade den Fly-By am Moon. Oh, verdunkelt sich auch gerade ganz hervorragend. Na gut, er hat genug Batterie-Puffer. Genau, das ist unsere Yule-Mission. Die haben wir ja letzte Folge gebaut. Sehr, sehr kleines Triebwerk. Dafür sehr, sehr viele naja, also verhältnismäßig viele Delta-V, wenn wir die Seiten-Pots mal irgendwann los sind. Genau, das sind unsere Sample-Return-Probes. Zwei Stück, mit denen wir aus dem Yule-System Sachen zurückholen können. Und das hier ist unsere Kiste an sich, mit der wir Richtung Yule fliegen. Wir lassen uns gerade mit einem Moon-Gravity-Assist in eine Umlaufbahn schon mal schießen. Die geht schon fast raus bis nach Duna. Und dann werden wir von dieser Umlaufbahn aus uns den Weg nach Yule suchen, um dann hauptsächlich über Gravity-Assist zu bremsen, weil ich muss richtig viel Strom sparen bei der ganzen Nummer. Das wird Strom, sag ich schon, Sprit sparen bei der ganzen Nummer. Das wird spannend auf jeden Fall. Genau, dann gilt es haufenweise Experimente zu machen. Das sind hier zwei große Bays vollgestopft mit Experimenten, aber das Überraschungseil lasse ich erstmal noch zu. Ja, und hier vorne ist unser Propeller, der uns durch den Warp zieht, der eigentlich ziemlich viel Reichweite haben sollte. Sieht jetzt nicht mehr so gut aus, muss ich sagen. Hoffen wir das Beste, ehrlich gesagt. Ich hoffe wirklich das Beste. Sonst müssen wir mal gucken, ob wir über diese Seitenantennen eventuell arbeiten. Mal sehen. Mal sehen. Super erst 99 und dann 1. Ja, so ist Glücksspiel. So ist Glücksspiel. Das ist nie dein Freund. Moment. So, ich gehe mal zurück ins Spezialcenter. Also, ich habe jetzt zwei Sachen, die würde ich gerne mit euch diskutieren, wobei die erste steht in meinem Kopf schon relativ fest. Die zweite würde ich sehr gerne mit euch diskutieren. Ich bin ja eigentlich gerade am Sparen für das Upgrade des Science Centers, also von R&D. Das kostet aber noch. So, ich will jetzt nicht zehnmal Touristenmissionen hintereinander machen. Das werden wir eh immer mal wieder machen. Meine Überlegung ist jetzt folgendes. Einmal mit den Rest Science-Punkten, die ich habe, bis zum Startfenster schon mal so ein bisschen zu Beginn Dinge noch zu kaufen, die eventuell eine unbekörbelte Landung auf Duna unterstützen würden. Also, ich würde mal Heatmanagement kaufen, einfach um zu sehen, wie es hier weitergeht. Ich würde, ich denke, Precision Propulsion noch kaufen und so weiter und so fort. Und meine Überlegung wäre dann folgendes. Und zwar, wir haben noch ein bisschen Kohle von den 1,8 Millionen, die wir haben, 1,1 zu investieren. Dann hätten wir eine dritte Strategie und als dritte Strategie Duna Propes zu aktivieren. Wir würden eine Viertelmillion im Voraus kriegen und hätten dann die Möglichkeit, wir bekommen dann auch mehr Duna-Verträge. Also, das ist halt auch noch Increased Likelihood of Resilving Contracts für Duna. Das wäre ziemlich zuträglich, dass wir sagen, bis zum Startfenster sammeln wir noch ein paar Verträge an für Duna und wir kriegen für alle Milestones in Richtung Duna richtig, richtig, richtig dicken Bonus und würden dann noch richtig dick Bonus nochmal bekommen, vor allen Dingen Reputations Bonus, wenn wir das erledigt haben. Und dann würde ich nämlich im Startfenster direkt alles dafür machen, dass wir drei Probes parat haben, um auf Duna zu landen. Also, dass wir wirklich drei unterschiedliche Biome direkt anfliegen, um das Duna-Probes-Programm auch direkt mit diesem Startfenster abzuschließen und im Idealfall sehr, sehr viele Achievements zu sammeln. Ich würde Too Boldly Go nämlich nur sehr ungern canceln. Das würde uns unheimlich in die Hände spielen, Too Boldly Go und Massive Scale Launches eigentlich auch dafür. Das heißt, das wäre eigentlich die Idee, dass ich jetzt sage, ja, ich gehe jetzt mal kurz ein Invest in eine andere Richtung und wir fokussieren uns dann sehr auf die Duna-Erforschung mit Sonden, um damit auch unsere Kohle zu machen, weil es A spannend ist und B schneller vorwärts bringt. Ja, und last but not least eigentlich der Grundstein für Kolonisierung dann ist und natürlich freilichere Technologie. Das wäre zumindest der Plan. So, Manyof, vielen lieben Dank fürs Follow und Skinwalker, vielen lieben Dank fürs Follow. Manyof, ich glaube, ich habe dich vorhin irgendwie übersehen. I'm very sorry. Ja, das ist so mein Plan im Moment. Die eine Sache, die ich noch abwarten würde, glaube ich, ist den Übergang meiner Forschungssonde in eine Sonnenumlaufbahn. Denn, also Kerbelumlaufbahn, da würde ich dann ein Experiment machen, das müsste mir nämlich noch einmalig den Milestone geben, dass ich glaube, wir hatten das noch nicht gemacht, Milestone um die Sonne zu sein und den würde ich gerne noch ohne die Abzüge kassieren und dann schalte ich die Strategie scharf, okay? So, jetzt machen wir hier einmal Precision Propulsion und einmal Advanced Landing. Das sind die zwei, die ich auf jeden Fall haben möchte. Jetzt wird die Überlegung, Short-Term Habitation, Electronics, Unmanned Tech, das wäre natürlich nicht schlecht, weil es noch ein paar schönere PropCores sind. Ich mache mal Unmanned Tech, tatsächlich, die Cores auf PropCore mit ein paar mehr Manövern. Das hilft uns doch nochmal ganz gut für für unsere Duna-Erforschung. Okay, let's do this. Okay, okay, jetzt sind wir langsam wieder blank. Heat Management können wir noch mitnehmen. So, und jetzt müssen wir warten, bis das Labor wieder was ausspuckt. Das ist auch nicht mehr so lange hin. So, wir sind auf dem Weg nach Duna, noch nicht ganz und damit Ike, nach Yol sind wir schon unterwegs und nach Yve mehr oder weniger. Wir sind eine niedrige Umlaufbahn unterwegs, die in der Nähe von Yve stattfinden wird. Also das heißt, wir gehen jetzt zur Yol-Mission, ist das tatsächlich, und fliegen jetzt die Yol-Mission aus dem Curban-System raus und starten unsere erste Exploration mit der Kiste. Dann müssten wir die Strategie aktiv schalten können und dann setzen wir uns ans Bauen für die für die Duna-Mission. Also machen die Strategie aktiv und setzen uns dann ans Bauen ran. Mit dem Ziel, relativ viel in eigentlich einem Start abzuwickeln, wenn es richtig gut läuft. Ich möchte Meph Scale Launch das richtig gut nutzen. Mal gucken, ob wir das dann so hinbekommen. Jetzt kommt erst mal der angenehme Teil, der angenehme Teil, wo wir eigentlich nichts tun müssen, wo wir einfach nur stumpf in der Gegend rumgammeln. Also gibt es irgendwas? High over Curban, was wir noch nicht gemacht haben? Multispektrol-Analyse und Iridium-Scan. Na, dann nutzen wir das doch mal und machen mal einen kleinen Probelauf mit der Kiste, hätte ich gesagt. So, jetzt müssen wir es nur noch finden. Weil das hier ist leider irgendwie broken. Düdüm. So, Multispektrol-Analyse. Das ist er nicht. Ich mach mal Kamerafokus irgendwie hier so. Zack. Wurde die Kondensierung schon irgendwo gestartet? Nee. So richtig noch nicht. Wir haben noch nicht Kondensierungsmaterial. Wir haben eine Raumstation Eine Raumstation im Curban Orbit. Auf der wird schon gelebt. Aber Kolonisierung sind wir noch am Technologien sammeln. Ich erforsche aber wie gesagt mit Sonden schon das System um nach einem schönen Ort zu suchen. Die Duna-Sonden müssen schon unbekörbelt sein. Genau. Locker den Scan. Da ist er. Halt mal kurz das Rohr raus. Zack. Und zack. So, das sind auch noch ein paar neuen Signs. Raus damit. Sehr schön. Vielen Dank. Wie gut er da durchpasst, ne? Swoop. Ach, wieder für gebaut. So. Jetzt müssen wir noch das Multispektrol-Ding finden. Da ist er. Wundervoll, wie es sich da rausschlängelt. What the fuck? So, Meckes. Vielen Dank für den Resub an dich natürlich. Und das auch schon im 20. Monat. Weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Auch du bist auf einem guten Weg zum 2-Jahres-Mission-Batch. Wie gesagt, alle regulären Empfänger dieses Batches meldet euch gerne bei mir, wenn ihr den haben möchtet mit eurer Adresse. Dann kann ich euch den zuschütteln. So. Zack. Haben wir das einmal. Wissenschaftsdaten einkassiert. Dann können wir das Ding hier wieder schließen. Ach, so viel Raumschiffer durch dieses Ding. Raumschiffiger. Was ist das für ein Lärm? Das Gepiepe ist die Übertragung der Wissenschaftsdaten. Das Gepiepe. Wenn das fertig übertragen ist, dann passt das. Leute, und macht mal bitte nicht ganz so viel Blödsinn im Chat, sonst muss ich leider einen Slowchat aktivieren. Das ist nur so mittelwitzig, wenn ihr Zeile für Zeile schreibt, weil das für mich echt viel aus dem Chat raus scrollt. Ich bekomme so schon nicht viel mit und dadurch wird es echt noch sehr viel beschissener. So, jetzt scrollen wir hier mal raus. Zack. So. Eigentlich müssten wir eigentlich ein Achievement bekommen. Und damit ich das Geld noch nicht abgezogen kriege, wollte ich jetzt die Dinge machen. Ah, steht, wir haben schon mal was rausgeschossen. Das war diese Moontrobe. Genau. Aber wir haben noch keine Wissenschaftsdaten gemacht, meine ich. Das wäre jetzt die Frage. Das wäre jetzt die große Frage. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Toggle Collectors. Ich will irgendwas Verlustfreies haben, weil die Dinger haben auch glaube ich nur, fällt mir gerade ein, so vier Experimente oder so. Hier. Komm, wir machen mal Magnetomete Daten. So. Gibt das ein Achievement? Ja. So, das gibt zumindest mal 10.000. So, und jetzt können wir noch mal gucken, dass wir die Dinge, die sinnvoll sind, weil wir sie ohne Verlust senden können. Ich glaube, das gehört auch noch mit dazu. Das sind halt alles Wissenschaftspunkte, die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Ganz getreu dem Motto haben wir es besser als brauchen. Das bringt uns nämlich wieder mal einen Schritt näher noch an die ganzen neuen Technologien. Und zumindest die Sachen, die man verlustfrei kriegen kann, kann man jetzt ja schon mal mitnehmen. Die Frage ist, machen wir hier Mystery Gu und Dings? Wir würden es ja auch mit zurückbringen. Ich bin ein wenig unentschieden, aber ich glaube, ja, wir nehmen mit an Science mit dem Geräusch nicht was Positives verbinden würde. Ja, eigentlich ist das auch, ich weiß gar nicht, kann man das, kann man das auch eigentlich ausmachen? So, ich glaube, das wäre auch das. So, ich glaube, wir werden jetzt, wir werden jetzt, Captain Butscredge, vielen Dank für den Resub 16 Monate und Plüschtomate, vielen Dank für den Resub im zweiten Monat. Ich glaube, ich mache jetzt tatsächlich die zu speichernden Dinge trotzdem fertig. das sieht nicht so schön aus. Aber, wir speichern die halt in die Probe ein. Zack, so. Dann haben wir die Wissenschaftspunkte zumindest schon mal in der Return Probe drin. Dann sind das hier schon mal, weiß ich gar nicht, wie viele Wissenschaftspunkte sind, das ist 12 bei Return. 30, 42, 52, 54, oh, da draußen ist die Olds zu sehen. Guck mal. Da hinten. 64, 78 ungefähr. Naja, ist auch besser als nix. Okay. Gut, dann haben wir das. Der braucht jetzt aber einen Moment. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wann wir sein Manöver planen können. Tendenziell. Wir wollen, wir wollen dahin. Das können wir schon mal einplanen. Dann haben wir das auf dem Radar. Also, das Startfenster öffnet sich in acht Tagen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen später starten, weil wir schon rausgetragen worden sind. Ja, wohl. Ist gar nicht so sehr nach später starten aus. Jetzt sind wir auch schon weit vorbei. Das wird aber teuer, du. Das wird aber ein teurer Spaß. Weil wir viel von unserem Sprit-Budget verheizen. So entspannend hier. Ja, das stimmt. Not ist in 30 Tagen. 2.100. Heftig, heftig. Okay, da müssen wir mal gucken. Naptime, vielen Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Carbonoten. So. Dann werden wir das hier rausschießen. Oh, das wird uns viel kosten. Das wird uns richtig viel kosten. Na gut, einspeichern das Manöver. Mit den Namen. Wie hoch sind die Gewinnchanzen bei Gamble? Es ist exakt 50-50. Also, die Chancen zu gewinnen sind genauso hoch wie die zu verlieren. Der normale Part ist relativ gut aufgeteilt in, ich glaube, halbieren oder verdoppeln. Meine ich. Ne, es ist ein bisschen verschoben, weil halbieren und verdoppeln ja nicht zueinander passt. Aber letzten Endes, mathematisch kommt es auf die Hälfte raus. Und bei 1 verlierst du alles und bei 99 kriegst du das dreifach. Ich glaube, das sind die Optionen. Ja, auf jeden Fall ist es 50-50 so ziemlich. Ich muss jetzt aber auch genau nachgucken, wie sie es verschiebt. So. Also, es ist wirklich Glücksspiel. Es hilft weder mir noch euch. Also, im Mittel hilft es weder mir noch euch. Und ob das jemand riskieren mag oder nicht, muss jeder von euch selber entscheiden. So, jetzt mal gucken, wenn wir uns so drehen auf das Manöver zu. dreht sich unsere Solarpaneele schon mal in die Richtung. Was prinzipiell ja gar nicht schlecht ist. Dann können wir nämlich diese Antennen aufmachen. Richtig? Richtig. Hm. Ach, brauchen wir die aber nicht. Okay, aber wir hätten noch die Möglichkeit, diese Antennen aufzumachen, wenn wir uns seitlich zur Sonne steigen. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Noch sieht auch alles gut aus. So. La Salam. Vielen lieben Dank für den Reset. Zehnter Monat bei dir auch schon. Dankeschön. So, da ist das Manöver. Bla bla bla. Fertig. Fritz. So. Achtet ihr auf den Chat? Nee, ja, ja, ich gebe mir ein bisschen Mühe, aber die hervorgerobenen Nachrichten sieht man natürlich sehr gut. Das stellt ihr also mit euren Wissenschaftspunkten an. Nach Aufmerksamkeit suchen. Okay, dann lasst uns jetzt den Hack mit den, ähm, mit den, mit dem DUNA-Programm machen und dann fangen wir mal an, was zu konzipieren fürs DUNA-Programm. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Äh, genau. Erstmal, erst mal machen wir, Administration Building Upgrade. Zack. So, jetzt sind wir wieder fast arm. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, DUNA-Probes zu aktivieren. Das gibt uns schon mal wieder eine Viertelmille zurück. DUNA-Programm. So. Okay, Freunde, ich bin gespannt. Jetzt schauen wir mal, ob sich da schon was für uns ergeben hat. Äh, haben wir da ein Satelliten stehen. Ich riskiere das mal. Aha. Das ist alles touristisch. Also noch ist da nichts Neues. Soll es mal einmal gucken. Well played, Herr Spanker. Well played. Ähm, Moon Mission Relay. Ach, habe ich da irgendwas Scienceiges mit drauf? Jetzt rächt sich wahrscheinlich wieder, dass ich so ein Geizkragen bin, oder? Da ist bestimmt wieder nichts Wissenschaftliches mit dran. So gar nichts. Bestimmt. So überhaupt nichts. Und ich ärgere mich, dass ich jetzt einfach diese Science nicht einsacken kann. Und es ist nicht so, als ob ihr mich nicht schon tausendmal davor gewarnt habt, dass man mindestens ein Thermometer mit dran macht. Und ich mal rumgeize mit meinen Bauteilen. Nüscht. Nüscht. Und der andere dürfte genauso sein. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der hier was machen kann. Hm. Ich sollte da vielleicht einen Science Satelliten platzieren. Nö. Kann natürlich auch nichts. Ärgerlich. Okay. Müssen wir da mal machen. Lernen durch Schmerz. Ja, ja. Ja, ja. Definitiv. So, da kann man auch noch mal ein bisschen Science mit rein. Okay. Also, keine Satelliten mit Science-Gedöns für mich. Habe ich so verstanden. Habe ich so verstanden. Habe ich so verstanden. Also, ich habe jetzt die letzten zwei Folgen, glaube ich. Habe ich relativ viel Touristik gemacht, um Code zu verdienen. Habe ich so verstanden. Weil ihr behauptet habt. Weil ihr behauptet habt, Landet at Kerbin heißt, man muss geflogen sein. Was natürlich kacke wäre. Ich bin davon ausgegangen, ich kann die einfach auf dem Launchpad machen. Ähm. Und, dann schauen wir mal. Äh. Contract Configurator kann ich dir nicht sagen. Ähm. Und, ob es mit 173 läuft. Und ich bin nämlich auch auf 172. Und ich glaube, ich werde den Zwischenschritt mit 173 nicht mehr machen. Sondern warten, bis das alles wieder auf der 18 funktioniert. Und dann direkt upgraden. So, den können wir auch schon mal kaufen. Den werde ich auf jeden Fall in Richtung Duna benutzen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Weil der so schön flach ist. So, du bist ein Testcraft. Hm. Wir müssen ein Nuklear-Ramjet-Ding testen. Wie groß bist du? Ach, du kacke. Okay, jetzt erklärt sich auch, warum das so viel kostet. Den sollten wir nicht kaputt machen, Freunde. Den sollten wir tunlichst nicht kaputt machen. Eieieiei. Den müssen wir unbedingt wieder recoveren. Weil die ganze Mission ist für ein Poppes gewesen. Wir kriegen, glaube ich, 45.000 im Voraus. 45.000 im Nachgang. Eieieiei. Wenn wir den... Uff. Jetzt ist mir gerade ein bisschen warm geworden. Eieieiei. Activate the part through the staging sequence when all test conditions are met. Carbon landed. TD-8-D-Kappler. Mhm. So, was brauchst du denn an Treibstoff? Sehr schön. Du kannst zwischen Plutonium und Uranium-Oxid hin und her wechseln. Das ist doch... Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Was kann dieses Ding? Mustn-Termine ist wie Nokia reactor heating the air and driving the turbine centers and rely on chemical combustion. Flight time is unlimited. The engine will work in oxygenless atmospheres. Heißt aber nicht ganz ohne. Build in pre-cooler and air in tags. Okay, also das Ding hat sogar einen air in tag. Aha, okay. Man sollte also einfach nur nicht seinen Propcore vielleicht da vorne drauf bauen. Okay. I see, I see. Aber der muss doch irgendwas noch verbrauchen eigentlich. Der kann doch nicht einfach nur so... Intake Atmosphere. Das ist es. Das Ding fliegt einfach so. Nee. Warum glaube ich ihm das nicht? Vectoring Range hat's auch noch. I'm not believing this. Und dann haben wir noch die... TD-18 irgendeine Dicabla. Wie heißt der? TD-18 Dicabla. TD-18 Dicabla. Den noch also. Landet at Kerben. Oh, dann können wir den ja auch direkt unten runterknacken. Nee, können wir natürlich wieder nicht. Hooray. Den können wir so machen. So. So, meine Information ist nämlich, dass man eigentlich... Oh Gott, bitte. Mach nicht diesen Motor kaputt. Okay, wir machen das jetzt ganz vorsichtig, Freunde. Also, wir stellen ihn jetzt einfach mal raus. Meine Information ist nämlich eigentlich, dass die Testconditions matt sind, weil wir sind ja auf Kerben gelandet. Na ja, der Treibstoff, das Ding scheint ohne Treibstoff zu fliegen, also von daher interessant auf jeden Fall. Control sagt, was soll schon passieren? Na ja, wir könnten den sehr teuren Antrieb zerstören, das Launchpad ruinieren und den Vertrag verhauen. So, alles gleichzeitig. Das wäre so der Worst Case. Vielleicht noch ein paar Körbels töten unterwegs. So, guck mal, weil die sind eigentlich erledigt. Das heißt, wir können jetzt einmal staging für den Decoupler. Oh Gott, ich mach mal... Schub erst mal auf. Oh, guck mal, wie das mit Vollschub aufgeht, das Ding. Das ist echt schön animiert, muss ich sagen. Okay, wir machen erst mal das Staging für den Decoupler. Erledigt. So. Cool. Danke. So, und jetzt machen wir das Staging für den Motor, der auf Null ist. Okay. Shutdown, no radiators available. Okay. Fuel missing. Ja, weil ich ihn zugebaut habe wahrscheinlich auch, also er kann gar keine Atmosphäre ziehen. Alles gut. Teures Ding gerettet. Wir recovern und holen uns die Kohle zurück. Nichts ist kaputt gegangen. Darauf, darauf gibt es jetzt erstmal, ich habe jetzt mein, mein Mate brav durch. Wir sind jetzt safe angekommen. In Bier-A-Glock. Das ist plangefährlich. So. Damit, cheers. Heute gibt es, wie heißt es, das echte Schwabenbräu-Merzen. Ich habe mich mal... Ja, im Süden machen sie doch das bessere Bier. Muss man der Fan das aber ab und zu zugeben. Cheers, ne? So. Das ist auf jeden Fall schon mal schönes Geld gewesen für Lau. Und noch ein paar Punkte oben drauf. Und jetzt gucken wir mal, ob sich an der Missionslage was geändert hat. Science Theater from Space Around Kirby nehmen wir auf jeden Fall mit. Minmus, Minmus, Minmus. Minmus. Das darf auch ruhig laut gesagt werden. Ja, in Norddeutschland muss man ein bisschen vorsichtig sein, sonst kommen die Nachbarn rein. Und hängen die am nächsten Baum auf. So. Footage to the side, bla bla bla. Land on Minmus. Space Tool. Ui, ach nee, gerade nicht. Nee, heute mal keine Touristik-Mission. In Hamburg. Ich bin ja nicht in Hamburg. Also hier die kleine Brauerei um die Ecke hat auch ein nettes Bier. Aber man muss schon sagen, es gibt auch echt... Ich glaube, in der Menge gesehen gibt es mehr gutes Bier in Süddeutschland. Rein von der Menge der Brauereien und des Biers, was hergestellt wird. Hat sich natürlich in den letzten Jahren auch mit diesen kleinen, kleineren Brauereien stark liberalisiert. Aber insgesamt. So, dann lasst uns mal eine Duna-Mission bauen, die hoffentlich kein totaler Zusammenbruch wird. Ich denke, wir konzipieren die Sachen nach und nach. Ich glaube, wir bauen als erstes die Länder, gefühlt. Gefühlt würde ich sagen, als erstes die Länder. Okay. Also mit den Ländern würde ich einen relativ einfachen Approach gehen, sag ich mal. Aber damit ich es auch mal bauen kann. Machen wir das dann. Ne, wir machen es anders. So, ähm... Ich überleg gerade, wie ich das Ding als Sub-Assembly hinbekomme sauber. Dass ich es nachher seitlich attachen kann. Also konzeptionell sieht es folgendermaßen aus. Ich zeige euch mal, was ich vorhabe. Ich will einen relativ kompakten Länder bauen für jede Site, die sehr problemlos da anlanden kann. So, das ist, das ist für mich so der Fokus. Äh, heißt natürlich auch, wir müssen ein bisschen aufpassen, äh, dass es nicht zu kompliziert wird. Deshalb... Hier einfach... Den da mit rein. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt... Kann man machen. Das ist für mich jetzt irgendwie nicht das zentrale Thema. Jetzt hier noch eine Batterie mit rein. Kann man eigentlich auch rauslassen. Es geht nur darum, das Ding sauber zu verpacken. Aber eigentlich... Eigentlich kann man es auch ein bisschen anders verpacken, indem wir sagen, wir packen den Probe Core hier mit rein. Ist auch okay. Beziehungsweise, noch bessere Idee, wir machen das ein bisschen... So ist, glaube ich, gut. Guck mal. Wir klippen den in das Structure-Part mit rein. Ich habe immer so Clipping in Structure-Parts finde ich immer total in Ordnung. Das muss nicht jeder genauso sehen, aber finde ich in Ordnung, weil da eh keine... Keine Funktionalität drin liegt. Die sind eh quasi hohl in meiner Welt. In meiner Warnungswelt. So, und dann kommt obendrauf... Ein Parachute. Der nimmt uns nämlich schon mal sehr viel Delta-V-Requirements raus bei der Landung. Und macht die Sache ein bisschen einfacher für uns. So. Krampfkarten. Vielen lieben Dank für den Host. Ganz herzlich willkommen an dich und deine Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Ganz herzlich willkommen. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntagnachmittag. Frühen Abend. Jetzt kommt der späte Abend. Und wir bereiten uns auf unsere erste unbekörbelte Duna-Mission vor. So. Dann würde ich ein paar Klassiker gehen. Also, auf jeden Fall kommt ein Reaction-View rein. Auf jeden Fall kommt eine Batterie mit rein. Und von den Batterien, wir haben da 1000 Pro drin, würde ich zwei nehmen. So. Ich glaube, das ist eine relativ stumpfe Antwort auf so ein Standard-Batterie-Problem. Dann würde ich den 4-Bay-Core gehen. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie hoch ich ihn bauen würde. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn so groß tatsächlich nehme. Oder nicht. Theoretisch wäre die Antwort, aber ja. Die theoretische Antwort wäre ja. Schönen guten Abend, Krampfgarten. Und schönen guten Abend auch an die Milka. Hi. Na? Was habt ihr heute gespielt? Habt ihr WoW-ed oder habt ihr gekörbelt? Oder maybe both. Obwohl die Mischung eigenartig wäre, zugegebenermaßen. Zugegebenermaßen wäre die sehr eigenartig. So. Was kann man damit reinbauen? Da kann man auf jeden Fall... Ach shit, wir haben keine Return-Probes, ne? Wir haben keine... Keine Return... Hm. Oder returnen wir es. Das wäre... Das wäre natürlich auch mal eine Herausforderung zu sagen. Es ist nicht nur... Das wäre ordentlich. Wir machen ein Sample Return von Duna. Tatsächlich beides, nur getrennt. Alles klar. Gemeinsam einsam gespielt. So. Das. Dann brauchen wir aber irgendeine Docking-Möglichkeit, ne? Dann müssen wir andocken können. Oder wir arbeiten mit dem Grabber. Haben wir schon die Grabbingen mit? Wir haben noch die Grabbingen, ne? Ja. Hm. Hm. Universal Storage. So. Also. Die spannenden Sachen sind natürlich die, die man unten machen kann. Also quasi gelandet. Wir können gelandet mit dem Ding hier arbeiten. Das ist natürlich der Klassiker für eine Landung. Gas Samples. Okay. Alkaline Fuel Cell ist natürlich auch eine schicke Sache. Wir könnten überlegen, ob wir die Batterien nach unten verlagern. Tatsächlich. Ich mag das jetzt erstmal so als Reminder rein. Bodenexperimente. Nur Dinge, die unten Sinn machen. Der Seismic Impact Hammer macht zwar unten Sinn. Das haben wir, das haben wir, das haben wir mit dabei alles. Detecting Concentration of Surundering from Orbit. Okay. Das bringt uns wahrscheinlich nix. Das Seismic Teil wäre geil. Seismic. Ich habe das noch nicht irgendwie in. Okay. Ich habe das noch nicht in vernünftig. Wie es scheint. Aber man kann es ja auch einfach so reinbauen. Okay, aber das ist gar nicht so viel dann, ne? Dann können wir vielleicht ein bisschen kürzer gehen. Dann können wir einfach sagen, diverse Dinge. Diverse Dinge sparen wir uns ein Stück weit. So, jetzt sagen wir mal, das Ding ist drei lang. Dann haben wir 1500 Strom. Ganz ehrlich. Das sollte locker flockig ausreichen. Und wenn wir jetzt noch sagen, die Alkaline Fuel Cell ist nicht zu groß. Na gut. Wenn die jetzt nicht zu groß wäre, ist das natürlich zwei groß. Das wäre aber jetzt nicht so wild, weil wir den potenziell auch woanders hin droppen können. So. Dann hätten wir nämlich auch, dann könnten wir uns aus Streamliming gründen auch das ganze Thema. Hat der jetzt Fully Self-Contained Generation Unit. Aber der hat, der hat keinen Tank mit drin, ne? Na. Verdammte Axt. Moin Starkwood. Moin Bierbauch. Moin Bierbauch. Moin Bierbauch. Moin Bierbauch. Moin Bierbauch. Also, es ist Duna. Und es ist Atmospheric. Let's have a look. Das wird nicht reichen. Holy shit. Ne, oder? Das Ding hat doch nicht eine 4er Trust Rate Ratio auf Duna. ok cool, warum auch immer, aber cool, gut zu wissen, das heißt 320 Vakuum, nimmt sich hier eh nicht so viel ok hier frisst das Ding schon wieder sehr viel auf, interessant 320 Vakuum ISPs ich will nochmal gucken, ob wir was anderes in dem Bereich haben, der Bremsfallschirm ist schon mit dabei es geht mir vor allen Dingen um den Rückflug bei der ganzen Nummer oder gedownscaledes Pudel wäre natürlich auch noch witzig die kompakte Pudelvariante ist immer noch etwas drüber, frisst dann natürlich auch viel auf Bremsfallschirm, ach du meinst die tatsächlichen Bremsfallschirm, ok, ich verstehe maybe, maybe, ich glaube tatsächlich für das kleine Teil hier, ich würde nochmal einen etwas größeren Tank nehmen, weil mir die Delta B noch nicht ganz reichen kommen wir damit immer noch klar, 2,10er Trust Rate, ne und wir kämen so in den Orbit wieder hoch, um Sample Return zu machen das wäre natürlich, boah, das wäre natürlich richtig sexy wie stark gehen wir in die Dinger, die müssen doch irgendeinen Haken haben Vectoring Range von 3, ok ehrlich Freunde das ist potenziell A very good spaceless ship für unser Vorhaben tatsächlich ich glaube das könnte es sein ich glaube das könnte die Lösung sein das tatsächlich mit dem Spark zu fliegen der Streaming PC macht dich wahnsinnig hast du ihn heute schon benutzt oder noch nicht so so, wenn wir das haben 2,1, ne wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen mit dem Gewicht dass das nicht zu viel wird deshalb nehme ich jetzt auch mal die leichten Landestruts das ist genau das, was ich befürchtet hatte dass das nicht so gut klappt, ne das nicht so gut noch ein Monitor ist natürlich erstmal auch eine Einschränkung ok, kommen wir zu Antennen also wir werden eine 1, 2, 3, 4 die addieren sich auf, oder? die sind nicht Combineable ärgerlich nicht Combineable ok, dann reicht uns eine davon als Backup so, das ist unser Notfalltransziver dann die Frage ist, was machen wir normalerweise das ist unser Notfall optisch nicht unbedingt eine wucht aber vielleicht tut es das ich war sehr gespannt ich habe samstag jetzt auch meine neuen Zeitmonitore bestellt mal gucken inwiefern das eine gute Entscheidung ist und gut funktioniert dann und Colton vielen dem dank fürs follow ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten die man freut mich dass sich das entspannt mich auch mich auch sehr bauen ist doch immer noch der entspanntste Teil von KSP ist das einfach so so die eagle has landed sehr schön genau wonderful auch wenn ich den witz nicht kaputt machen will das eigentlich ein hedgehog wäre aber alles ist gut alles gut und vielen lieben dank für die 100 bits so jetzt müssen wir nur noch gucken wie wir das in sub-assembly unterbringen also eigentlich wäre es das schon zu großen teilen das würde mir persönlich reichen damit hätten wir nämlich wir brauchen ungefähr 1500 delta v mit einer positiven trust weight ratio die es gegeben um duna zu verlassen in einen orbit zurück das wäre fände ich ganz cool weil wir dann nämlich sagen könnten wir bringen die wirklich teuren experimente also materials bay unit den ich weiß gar nicht ob der so wertvoll ist aber ich glaube den muss man auch recovern irgendwas was man hier noch machen könnte wer weiß das schon so genau wir bringen die halt zurück wir bringen die tatsächlich zurück das wäre eigentlich ganz ganz cool hast du samstag gesagt ja ich habe samstag die monitore bestellt diesen samstag nächsten samstag bin ich aber ich bin schon sehr gespannt so jetzt müssen wir noch irgendwie gucken wie kriege ich das jetzt sinnvoll wie kriege ich das sinnvoll in ein so lass mal lass mal so tun so jetzt müssen wir einmal re-routen so jetzt kann ich ja quasi das gesamte restliche ding nehmen aber das problem was ich jetzt ein bisschen sehe ist genau das ist mein problem damit ich kriege das nicht seitlich jetzt attached irgendwie wie kriege ich das jetzt so abgebaut bla 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 ich will das nämlich als seitliches sub-assembly haben also eigentlich so dass ich hier sagen kann so zack ich glaube da muss ich etwas anders vorgehen ja so könnte es klappen so sieht gut aus so so und dann könnte man nämlich sagen this whole thing genau das ist mein sub-assembly so müsste das besser funktionieren mit dem anbau gleich weil jetzt ist mein attachment point nämlich eigentlich seitlich ich bin schon mal gespannt also und jetzt entwickeln wir nämlich die eigentliche zentralstufe den länder haben wir jetzt fertig deshalb hatte ich das so ein bisschen getrennt gemacht den länder haben wir jetzt fertig jetzt kommt die die echte das echte ding das richtige teil das richtige teil würde ich auch ein bisschen ich glaube ich würde es ein bisschen größer bauen weil wir müssen viel bewegen und das richtige teil muss die landesatelliten mitschleppen das muss als relay fungieren es muss wissenschaftspunkte machen und es muss die möglichkeit haben zurück zu kommen mit den wissenschaftsdaten das heißt da haben wir ein bisschen was vor uns was das ding alles können muss und deshalb würde ich sagen fangen wir mal relativ entspannt wieder an ich weiß gar nicht ja doch ich glaube wegen der grabbing unit die grabbing unit ist glaube ich genau dieser größe ja aber auch da fällt mir wieder was zu ein nämlich i don't want to live on this planet in this form anymore i want to do a roccomax adapter so roccomax adapter können wir nämlich wieder ein bisschen hochschieben so wie gesagt guckt euch das an der ist hohl ich kann das beweisen er ist wirklich hohl da können wir sehr viele dinge reinbauen weil er hohl ist so dann hätten wir hier nämlich die möglichkeit nachher die satelliten wieder aufzufangen das würden wir über diese kiste übernehmen das teil hat nämlich einfach wirklich den auftrag zu sagen ja please das satelliteneinfang daten rausziehen in eine sammel box und dann entsprechend an landen so die überlegung wäre jetzt natürlich wie gestalten wie gestalten wir die sammel box deshalb wollte ich auch auf das große format hoch das große format ist aus meiner sicht wie sollen die wissenschaftsdaten von dem wieder gestarteten länder zurück nach kürben kommen also der plan ist dass dieses teil was ja die dinger hinschleppt und im orbit verbleibt mit der grabbing unit die dinger dann einsammelt sich also wieder mit ihnen verbindet und wir das dann in so eine science box hier rein ziehen wo ist sie hier mit der experiment storage können wir den einsammeln die experimente die da vorhanden sind und dann mit der rakete zurückfliegen und dieses ding hier mit den experimenten drin quasi wieder auf kürben landen das ist der plan mal gucken wie gut ich den umgesetzt bekomme das ist die zweite frage dahinter lass mal gucken irgendwie meine kamera ist ein bisschen tief eingestellt habe ich so das gefühl so besser? ja ich glaube schon so ist glaube ich ein bisschen gab es da auch noch irgendwie einen zwischenschritt nicht wirklich ok so muss gehen gut strom ich glaube wir machen gar keine halben sachen erst zack wir machen einfach einen sehr großen batterieschrank unten drunter und dann machen wir machen wir machen wir das ding machen wir das ding machen wir tatsächlich einen großen 8 base service call eigentlich schreit es danach das zu tun weil hier könnten wir natürlich all the experimente für orbit nochmal mitnehmen wir können die sachen doppelt ausführen im sinne von wenn wir an landen niedrig und dings das heißt die wären exklusiv tatsächlich für den orbit da die frage ist brauchen wir brauchen wir so viel höhe tatsächlich ich glaube nämlich uns reicht kürzer aus auf solar particles jaso jup jup imaging plattform jup 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 Das, 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 das macht Sinn. RWPS macht auch Sinn, weil wir es nicht drauf haben auf den anderen Dingen. Magnetometer können wir mit den anderen Satelliten machen. Solmosure macht Sinn. So. Schaut gut aus. Spektrometer nicht. Atmospheric Science Unit ist noch nicht mit dabei. Die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Die Kanten und das Thermometer drunter. Was haben wir noch an Wissenschaftsgebieten? Gamma-Ray Spektrometer, maybe. Maybe not, ich weiß es nicht. Ich nehme es jetzt einfach mal mit. Kostenhaufen Kohle, dafür, dass ich es nicht weiß, ehrlich gesagt. Ja, 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 ja. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Passt hier theoretisch rein, ne? Was ist das Ding jetzt? 1.300. Okay. Fehlt noch irgendwas Relevantes? Das ist ja eigentlich die große Frage. Ich glaube, ich glaube nämlich nicht. So, dann können wir nämlich nochmal gucken, ob wir das noch ein bisschen weiter zurechtkürzen. Dann ist der Schrank nämlich nicht ganz so groß. Und wir können etwas kürzer gehen mit der Kiste. Ja, sieht gut aus. So, jetzt ist noch die Frage, was macht man draus? Was macht man draus? Da sind auch Fächer frei. Was kann man da sinnvolles reinbauen? Scanner will ich noch nicht mitnehmen. Ich will die Aufträge kriegen. Das passt nicht rein, die ist zu groß. Was könnte man da noch mit reinbauen? Ich kann noch mehr Batterien hinterlegen, aber es macht die Kiste auch nur schwerer. Ich glaube, wir lassen es einfach so, aber ja, wahrscheinlich mache ich eine Batterie rein. Es wird wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Weil sonst nichts Sinnvolles übrig bleibt. So, dann haben wir hier insgesamt 5000 Electric Charge. Das sollte mit der Kiste ganz gut passen. Ja, Fuel Cell macht nicht so viel Sinn, finde ich. Zwei hoch. Hawkjet. So. Wir müssen mal schauen. Engine-mäßig. Mir ist natürlich ein Träumchen. Etwas effizienter zu fliegen. Der hat ein bisschen mehr Booms als er. Muss halt auch nicht immer gleich nuclear sein, ne? Wir gucken mal, ob es mit ner... Das könnte natürlich auch später unsere Return-Stage sein, ne? Wie sieht denn das Ding jetzt gewicht? Discovery, nominal Miko, ohms one, not required. SFGiants, vielen lieben Dank für deinen Sub, ganz viel Spaß mit den Kerbal-Emojis und Arnold, vielen lieben Dank für die Bits, Dankeschön. Und ich überlege gerade, ob wir das Ding landen, ob wir hier jetzt nicht einfach sagen, ob wir hier jetzt nicht einfach sagen, wir packen da ein Heatshield drunter für den Wiedereintritt. Schwerer Punkt ist schön weit unten, das passt einwandfrei. Und ob wir dann nicht tatsächlich einfach die... Die ganze Geschichte... Die ganze Geschichte... Mit... Die haben da versehen... So... Wie gesagt, das Ding hat eh einen Hohlraum. Den kann man ja nutzen. Wenn wir einfach da unser Wissenschaftsmodul reinpacken. Und ich später dann halt... Einmal hier reingehe und sag... Collect all signs. Weil der Platz ist ja da. Ihr seht auch, das klippt in kein anderes Teil rein. Also, es klippt jetzt natürlich in das Hauptteil rein. Aber es ist im... Im zentralen Teil sauber drin. So... Dann bräuchten wir einen Decoupler. Und jetzt den Motor dafür. Schauen wir mal, wieviel das ist. Ähm... Stell mal im CCAN ein, dass du... Kompatibilität zu 1.6 und 1.7 Version hast. Damit sollte das dann halbwegs passen. So, das sind... 4.500 Delta V. Das müsste eigentlich... Für... Mein Manöverring reichen, ehrlich gesagt. Okay... Kann man ein Stück weit auch aerobraten. Also ich mein, da kommt jetzt noch ein bisschen was ran. Das müssen wir vielleicht noch beachten. Aber ich glaube, dass das hinhaut, dass wir ganz klassisch fliegen können. Falsch immer noch für die Landung. Das Ding... Achso, ja, also für die Landung später. Ja, ja. Ja, ja. Das ist richtig. Für die Landung auf Körben. Wollte grad sagen, das Ding soll doch gar nicht landen auf Dunne. Aber... Für... Körben dann hast du natürlich... vollkommen recht. So... Na, das ist mir ein bisschen zu... weit auseinander. Ich glaube, ich nehme die mal flach ran. Das sieht mir sonst zu abgestanden aus. So... Dunerländer. 4 sexy Länder. 3 brauche ich nur. Aber... Warum nicht? Eine Liste der Mods habe ich. Du kannst Ausrufezeichen CKAN eingeben. Und dann... Also C-K-A-N. Und dann gibt er dir eine Liste mit CKAN-Files für meine verschiedenen Setups. Die kannst du in das Tool CKAN, das kann man sich frei runterladen, einbasteln und dann entsprechend nutzen. Natürlich gerne. Äh... So... Ähm... Und Mr. Lusankia, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten. Auf denen ist noch nie was passiert. Genau. Ein bisschen Redundanz schadet wahrscheinlich nicht. Außer jetzt natürlich unseren Delta-V. Ähm... Ich glaube, wir müssen hier mal kurz für die Berechnung... Sagen, ich sperre das mal. Warum ändert sich nichts? Ah, es ändert sich nichts, weil wegen ist so. Ich verstehe. Wenn wir die jetzt aufmachen würden... Ich verstehe nicht, was er mir damit sagen möchte. Also, wir hätten hier... eine Zündung dieser Kohorte erst bei Abtrennung. Äh... 2000... Und ein bisschen. Okay. Ich glaube, es wird schon im Winter, würde ich immer mitfliegen. Ähm... Mir fällt gerade noch was Wichtiges ein. Engineplay... Ich habe gerade schon wieder... So ein... Ding, die gut funktioniert haben. Das schon mal nicht. Zack. Zack. So. Stromerzeugung. Wichtiger Part. Die Dinger waren jetzt rein batteriebetrieben, ne? Ja. Ja. Die hatten halt Zeit mit ihrer Batterie zu landen und dann ist Feierabend. Ich hoffe, ich habe mich da nicht verkalkuliert. Ist das alles komplett vollgebaut? Äh... Aus. Aus. Ich will doch mal sehen, was da drin ist. Hm. Das liegt gerade auch, wenn ich... Hier so ein kleines... Paneel noch reinbauen. Könnte man nämlich sagen, wenn die Dinger unten gelandet sind. Gucken die jetzt überall raus. Please. Yes. Okay. Jeder hat eins bekommen. Dann hätten wir so ein kleines Notfall-Solar-Paneel, um die Dinger unten aufzuladen. Und das passt hier auch rein. Das ist eine schöne Ergänzung, glaube ich. Zack. Völliger... Völliger... Völlige Notlösung. Aber ich glaube, es ist gar nicht schlecht. So, dann haben wir nochmal unten, um die Dinger länger leben zu lassen. Hm. Das Fach war eh noch frei. So, jetzt kommt der Antennen-Part. Die Frage ist... Die beste Antenne... Nein! Sie passt nicht dazwischen. Nein! Ich hatte befürchtet, dass irgendwas kommt. Mist ich. Okay. Also, ich brauche eine Verbindung zurück. Ne, ich brauche auch ein Relay. Ich muss eine Verbindung zurück nach Hause zur Verfügung stellen. So, jetzt wird's shitty. Das darf aber später abreißen. Eigentlich. Ist mir völlig egal, wenn wieder eintritt, ob's dann... Aber da müssen die Fallschirme hin. Hm. Tag. 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 Estamos zähn ISOC mé, strei, strei... Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Müsste es funktionieren, aber es ist halt hauchdünn, muss ich sagen. Hauchdünn. Na komm, warum willst du mir das jetzt nicht geben? Okay. Ach, schön, da umklippen wir den auch so dumm rein, ne? Hm, schön gedacht. So, was wäre, wenn wir starten die auf 10 Grad. So, passt auf. Passt auf. Wir starten die Dinge irgendwie hier so. So, dass halt Platz ist, auf jeden Fall. 6,7 Grad. Dann können wir sie hochklappen vorm D-Couple. So, auf einen 90 Grad Winkel reicht wahrscheinlich. 90 Grad ist sogar zu viel. Wir merken uns knappe 80 wahrscheinlich. Jawoll. Klappen das Ding hoch auf 80 Grad. Dann können die Dinger rausgehen und wir können zurückklappen auf 0 Grad. und haben wieder Antennen. Ich glaube, so ist es okay. So haben wir einen schönen Auslassmechanismus für die Teile. So ist es okay. Sehr gut. Dann haben wir schon mal eine grundsätzliche Funkverbindung. Jengsan, vielen Dank für 24 Monate, zwei Jahre. Du bist angekommen in der, du darfst einen Batch haben, Liga. Schreib mir, wenn du einen Batch haben willst. Am besten im Discord. So. Okay, das kostet uns natürlich alles ganz schön Delta B, was wir hier treiben. Jetzt noch die Falschirme und dann müssen wir uns mal an die nächste Stage machen. Ich denke, vier so Variable, die da sollten reichen. Free Stuff ist Free Stuff. So sieht's aus. Okay. Noose. Na. Ich mach eins kürzer. Ja, maybe. Maybe. So, damit haben wir den. Jetzt machen wir da ein 2,5er Fairing drauf. In der Hoffnung, dass wir da alles reingequetscht bekommen. Sieht immer so schlecht gar nicht aus. Please, please, please. Yes. Okay, Antennen war irgendwie das kritischste. Aber auch das funktioniert. So. Ich überleg gerade, ob wir uns noch, aber eigentlich haben wir genug Reichweite über die Relay-Antennen. Ob wir uns Backup-Antennen noch mit ran setzen, aber das wäre so ein reines. Was? Ähm. Die Delta-V-Maps von dir? Du meinst diese einlaminierten? Nein. Niemand hat die Absicht, einlaminierte Delta-V-Maps auf seinem Tisch liegen zu haben. Bitte dich. Bitte dich. Wie komisch wäre sowas denn? Hahahaha. 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 Vielleicht hab ich die noch. Hahahaha. Vielleicht. Aber nur wenn du es keinmal zählst. So. Ah, mh, ah, mh, mh. Hm. 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 Leichthöherer Wirkungsgrad. Ne. Der hat einen leicht höheren Wirkungsgrad bei weniger Masse. Das ist also okay von der Entscheidung her. So. Du mein Jung. Bist sicherlich auch nach dem Fällen erst dran. Und das ist nicht so eine gute Entscheidung, glaube ich. So. 1092. Damit können wir ganz gut raus beschleunigen. Ähm. Jetzt fählen wir noch. Und, äh. Vielleicht auch herzlich willkommen. Ansonsten ganz viel Spaß mit den Emotes. So. Und hi quasi. So. Das wäre jetzt eigentlich so ein bisschen die Idee unseres, äh, Fliegers an sich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Jetzt lass mich mal kurz die Rechnung aufmachen. Also. Wir müssen aus der Umlaufbahn von Körbin raus. Das sind ungefähr 1.000. 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 orbit bringen um von dort aus dann richtung duna starten zu können das wäre so der plan das heißt wir müssen da jetzt noch eine rakete drunter bauen die uns ein bisschen den orbit trägt das wird wie ihr seht jetzt schon teuer und wahrscheinlich wird es nicht billiger ab hier so die upper stage machen wir einfach mal tja wahrscheinlich mit dem skipper ich vermute mit dem skipper damit die genug druck hat ach du scheiße die hat nicht mal mit dem skipper schon ausreichend ok ok das wird spannend aber dafür hat sie ganz gut delta w jetzt müssen wir mal gucken wollen wir sie auf der ebene schon direkt boosten oder schwierig die geboostet auf dieser stelle schon erstmal hier autostratten dass das nicht auseinanderfällt du autostrattest dich mal gegen das hootpart auch du autostrattest dich gleich gegen irgendwas anderes haa schwierige frage finde ich ich glaube ich glaube wir gehen in die breite ich glaube wir gehen tatsächlich in die breite zusammen mit dem mittleren motor 066 ist für eine upper stage in ordnung brauchen aber vorher jetzt kommt die spannende frage das ist nicht das ist es denke ich kriegen wir da die fütchen noch drauf ohne das verringern zu ditschen sieht gar nicht schlecht aus ok das haben wir jetzt kommt die frage nach dem passenden motor und ich befürchte die frage nach dem passenden motor ist hier leider ein main sale was die sache sehr teuer macht so damit hätten wir aber am boden 1,82 atmosphärisch mit einem triebwerk was gimbalt wir können sie also ein bisschen zurückfahren nach einer weide und wir machen noch auf jeden fall few pipes rein damit wir in der mitte mehr stoff geben können so das wird das wird spannend moin nachtschicht na wie geht es dir wie geht es dir irgendwie reingefummelt manchmal kann man jetzt so kömmel auch irgendwie lücken finden mut zur lücke und so habe ich irgendwas vergessen ich denke ehrlich gesagt schon darüber nach was ich vergessen haben könnte an der mission so die few pipes sitzt das sieht gut aus damit kommen wir auf 3300 3700 non atmospheric das sollte uns also in den orbit tragen können ohne probleme jetzt ist aber so der punkt erreicht wo mir die dinger so groß werden dass ich auf jeden fall mit separation engines arbeiten werde das wird mir sonst zu gefährlich das wird mir sonst zu gefährlich so trust limiter ist irgendwo bei 20 prozent die brauchen nicht viel die müssen jetzt wirklich nur wegdrücken gleich hier spielen nochmal an der unteren kante so die jungs drücken ihn dann raus so die jungs drücken ihn dann raus das hier ist mein mein kleiner respekt nicker in richtung der glücksflossen heute mal eine doppelte ausführung damit es auf jeden fall nicht schief geht was ich überlege ist den einen noch auszustatten machen wir den noch ach ne ich will glaube ich wieder zu viel das machen wir ein anderem mal ob ich den noch ausstatte mit mit nem ressourcenscanner aber nein ich will es nicht tun sooo das ist gestruttet das hier auch auto struttet gegen die heavyest parts eigentlich müsste es halten das hier muss in die separation stage mit rein sooo ach ich weiß es nicht ob es funktioniert ehrlich gesagt es ist seit längerer zeit mal wieder eine sehr unangenehme rakete muss ich sagen also die vor der ich auch ein bisschen angst habe sie zu starten aber wir werden sehen was passiert ich kann es jetzt nicht ändern sooo ich denke das kann man so tun dann lasst uns das teil mal in den orbit befördern und gucken ob wir das soweit schon mal schaffen das ist ein drittel unseres gesamtbudgets ich hoffe da geht jetzt nichts schief und machen wir das stagig durch jopp 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 ok wir probieren es emmertler vielen dank für 15 monate dankeschön nein das ist nicht der klick den ich machen wollte ich wollte doch nicht in die flugzeughalle ich wollte gucken dass da nicht irgendwo ein körper sich reingeschmuggelt hat alles sieht gut aus ich glaube mit vier fallschirms stehen wir da ganz gut das ding wiegt 1,3 tonnen wenn ihr jetzt mal einen vergleich machen wollt das ding land mit einem fallschirm und hat 0,8 tonnen ich glaube wir sind mit vier fallschirmen für den wiedereintritt komplett safe also diese upper stage das sind nur struktur und wissenschaftsteile das wiegt alles nichts beziehungsweise ist glaube ich die rückkehrstufe noch nicht mal doch da sind die wissenschaftsteile dabei also alles cool ich denke das ist alles soweit ganz cool was ich gerade überlege ist ob man hier fürs docking noch was tut und bullseye vielen dank fürs follow ob man hier fürs docking noch was tut was wir sagen wir machen hier ein monoprop tank ran für das docking mit der klaue das würde mir glaube ich sehr helfen dann einfach zu sagen jawoll packen wir noch ein zwei wieviel ist da drin 30 ja recht locker für mich reicht das ähm dann muss ich das nicht auf dem triebwerk machen weil das ding ist doch recht groß ähm und dann kann ich hier schön mit dem monoprop arbeiten später macht vieles noch ein bisschen einfacher actuation toggles zack raus 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 sehr gut schönen guten tag erstmal xavo wir begrüßen uns hier üblicherweise erst bevor wir miteinander sprechen ansonsten meinung zu ksp 2 oh ja ich glaube das wird spannend mal gucken was sie daraus machen ist ja noch ein bisschen zeit da wird noch ein bisschen informationen kommen auf den multiplayer bin ich tatsächlich sehr gespannt und das interstellare reisen ist natürlich ein knaller argument wenn sie das wirklich hinbekommen kann das nicht werden kann das wirklich nicht werden relay antennen funktionieren auch um selber gesteuert zu werden oder ja ich überlege gerade ob ich noch irgendwas total dummes getan habe was ich bereuen werde ihr könnt landen ich glaube ich habe es staging sieht auch relativ okay aus start antenne ich brauche keine also hier sind ja überall antennen dran also das ist ja alles mein vessel also es ist alles gut alles gut let's do this hopefully let's do this erstmal ab damit in orbit mal gucken wie schlimm kann es werden im zweifel 2 wie schlimm kann es werden also worst case ist es kann auf dem launchpad morgens zacken es kann auf dem launchpad explodieren das wäre richtig fies da ist die mission im arsch und ich muss das launchpad reparieren ich hoffe dass es dazu nicht kommen wird ehrlich gesagt und second worst case ist wir verlieren irgendwo im aufstieg den funkkontakt oder irgendwas komisches aber sollte eigentlich nicht sein so gut freunde dann voll freine let's do this okay ich trottel jetzt ein bisschen zurück damit wir nicht zu schwer zu schnell werden wir sind nämlich nicht unbedingt ein muster der aerodynamik muss man sich zu formulieren sieht aber schon ganz gut aus und tunnelkind vielen dank fürs follow kann es jetzt viel kommen wir haben leichten spin in der rakete aber nix was mich jetzt schon beumbrüben würde noch läuft's genau die aerodynamik muss doch wieder leider zu hause bleiben okay ich guck auch dass ich mein ergerleier franzam mal rupen komme Hashtag 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 Bitte drehe dich, du bist du Kann jetzt Jetzt sind wir auch schon auf einer Höhe, wo Aerodynamik nicht mehr ganz so ein Problem darstellt Seht schon, die Orbit ist auch rübergesprungen Dann lassen wir jetzt mal fliegen Ich gehe jetzt mal mit der Nase flacher Wir sind nämlich schon auf 80 Meter, 80 Kilometer plus Höhe, fast 90 Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Geschwindigkeit in diese Richtung Wir brauchen jetzt mal ein bisschen mehr So, jetzt müssen wir gleich die Dinger ausgehen, jawoll. Das kommt schon mal weg und jetzt hoffen wir mal, dass das funktioniert. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das war irgendwie gefühlt unverhältnismäßig laut, als die sehr weit entfernten, sehr kleinen Triebwerke ausgegangen sind. Irgendwie war es unverhältnismäßig laut. Was für ein Trümmerfeld? Keine Sorge, es ist ein suborbitales Trümmerfeld, Khadgar, das verschwindet wieder. Ich bin ja noch nicht im Orbit, also man sieht das ja hier, ich bin ja noch mit einer sehr niedrigen Periopsis unterwegs, also quasi unter der Erde. Das heißt, das ganze Zeug wird alles wieder runterfallen. Das belästigt mich im Orbit nicht weiter. So, wir schieben uns jetzt mal gemütlich in den Orbit hoch und dann werden wir, wenn ich das richtig im Kopf überschlage, vielleicht sogar noch so um die 100 Delta wie üblich behalten für den Eject Richtung Duna. Und willkommen zur Nachtschicht. Übrigens, für alle von euch, der Name sagt es ja schon so ein bisschen, Mods gerne mal ein Shoutout für den lieben Nachtschicht machen. Für alle von euch, die unter der Woche vor allen Dingen auch öfter mal nachts noch ins Stream gucken, also lange wach sind. Der liebe Nachtschicht streamt ganz oft ab 23 Uhr, vor allen Dingen Rollenspiele. Und wenn ihr da mal was ruhiges Nettes sucht, wo ihr sehr, sehr tief und lange in eine Rollenspielwelt abtauchen könnt, dann auf jeden Fall auch mal beim Nachtschichten Follow da lassen. Kann ich, kann ich sehr empfehlen. Wenn ich manchmal noch nicht schlafen kann, gucke ich auch gerne rein. Immer sehr, sehr beruhigend. So, wir haben den Orbit gleich. Zulisch. Moment. Das müsste auch ganz gut Kohle von Massive Scale Launches geben. Und Hobbler, da sind die 40.000. Und Viprofizien knappe 100 Meter pro Sekunde. Die Oberfläche dicht besiedelt hat mit Strafe für den Kindergärten eingeschlagen. Einen einschlagenden Booster. Ich glaube nicht. Aber deshalb startest du ja auch vom KSC übers Meer raus. Übrigens auch ein Grund, warum viele andere Länder das so machen. Übrigens auch ein Grund, warum die ISS auf der Umlaufbahn ist, auf der sie ist. Also die Umlaufbahn der ISS ist so gedacht, dass die Russen ihre Raketen starten können, ohne ihren Mist auf China zu werfen, übrigens. Also deshalb hat die ISS exakt die Inklination, die sie hat, weil diese, was sind das, 51,6 Grad meine ich, Inklinationen müssen von Baikonur aus gestartet werden, damit eine Soyuz-Rakete ihre Booster nicht in China runterwirft, sondern auf dem eigenen Land. Was es nicht so viel besser macht, aber ist ein anderes Thema, hat was mit Politik zu tun. Irgendwie sehen die anderen das nicht so gerne. So, jetzt können wir mal Scientific Data machen, hier irgendwas Lustiges. Ich mach mal hier auf. Passiert da irgendwas komisches? Secondary Base? Ist klein genug, oder? Ja. So, da muss doch irgendwo was drin sein, was man machen kann. Okay. Und raus damit. Nein! Warum? Ich hasse dich, Soyuz-Muster-Scanner. Hashtag Kettenreaktion. Ich mach das mal alles wieder zu, ne? Das war nur kurz fürs Pflichtprogramm. Cool, danke, tschüss. Oh, die neuen, die Stufe 3 Sachen sind da. Da hat die Reputation mich wohl gerettet. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit zum Startfenster nach Duna. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich... Also, ich würde den jetzt auch erstmal kreisen lassen, noch ein bisschen. Warum können wir bis auf das Fäßchen der kompletten Fäßchen? Ich könnte mir auch vorstellen, das hat was mit Nuklearantrieben zu tun, deine Theorie. Okay. Aber äußere sie gerne. So. Ähm. Genau. Lasst uns den Astroiden-Scanner machen. Der macht jetzt seinen Eject in diese Umlaufbahn. Äh. In die Umlaufbahn in Richtung Eve. Und wir werden uns in... Einigen Tagen wieder dem Ding zuwenden. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt einen kleinen Zeitsprung Richtung Yole Explorer. Ich muss einmal kurz gucken, wie es der Raumstation tatsächlich geht. Äh. Einfach nur, um sicherzustellen, dass da keiner verhungert. Aber das sieht alles gut aus. Also, Habitation und so sind die alle super happy. Und Essen ist auch noch genug da. Das heißt, wir müssen uns um 30 Tages Zeitsprung auf jeden Fall keine Sorgen machen. Und es tut mir leid, dass der Bot momentan so ein bisschen rumspackt mit Clips posten. Eigentlich sollte er, wenn ihr was clippt, natürlich den Clip posten. Ähm. Wenn ihr das nicht tut, seid herzlich eingeladen, eure Clips hier zu posten im Chat. Äh. Clips.twitch.tv ist nämlich freigegeben. Also, guckt, dass ihr den Link nehmt, der auf Clips.twitch.tv zeigt. Und dann dürft ihr hier gerne, äh, ein Clip posten, wenn ihr was geklippt habt. So. Wir haben hier gerade noch den Flug weg von Körben, die letzten paar Meter. Und in einem Tag und drei Stunden werden wir auf einer Körbel Umlaufbahn, Körbol Umlaufbahn. Das sollte sich nicht wie Körbel anhören. Niemand hat die Absicht, dass das wie Körbel klingt. Zack. Mhm. Mhm. So. Dann noch einen kurzen Moment. Den Time Warp ich mal weg. So. Und jetzt sind wir auf einer passenden Umlaufbahn. Jetzt seht ihr aber auch schon, wir haben noch ein bisschen was zu erledigen. Das heißt, wir müssen den Orbit, den wir haben, dem Orbit hier so gut wie möglich noch angleichen. Mhm. Das ist noch ein bisschen was. Voraussichtlich werden wir das erst da hinten tun können, wenn ich das richtig sehe. Also man muss das nicht super exakt machen, aber... So. Und dann brauchen wir hier ein Manöver, um uns noch runterzubremsen. Auf diese Höhe. Und ich glaube, das haben wir auch noch im Tank. Haben wir noch. Sieht gut aus. 490 Delta, wie verbrauchen wir? Er sagt, wir haben noch 4600. Also alles schicko. Welches Bier gibt's bei mir? Das ist das echte Schwabenbräu Märzen. Gibt's heute. Gut, dann haben wir hier nämlich ein Manöver. Wir können uns jetzt erstmal zurücklehnen. Also das dauert noch einen Moment. Denn Designated Orbit haben wir halt noch nicht erreicht. Dafür sind wir nicht gut genug dran. Und wir brauchen einfach eine Weile, um da jetzt hinzukommen. Und diesen Orbit entsprechend noch anzupassen. So ist das halt in der Raumfahrt. Also wir sind jetzt hier und driften jetzt quasi erstmal runter auf diese Umlaufbahn. Und werden auf der Periapsis dann unsere Bremsung hinlegen, um uns runterzubremsen auf den ungefähren Orbit, den wir für die Mission vorgegeben haben. Da beginnen wir dann mit der Untersuchung unserer Astroiden und versuchen 20 Objekte zu kategorieren, die eine Inklination von 6 haben. Ich weiß nicht, was er damit sagen möchte. Aber mal gucken, wie die Mission so funktioniert. So. Ich denke, der nächste Punkt ist hier. Das heißt, wir timejumpen jetzt mal durch die, durch die nächsten Sachen durch. Das ist jetzt der Yole Explorer, den wir rausschießen in Richtung Yole. Der wird eine ganze Weile brauchen, also wirklich Jahre, um da anzukommen. Deshalb ist es ganz gut, dass wir das jetzt schon mal machen. Das heißt, wir müssen jetzt vorspulen bis da vorne hin. Und dann gibt es Bambule. Mal sehen, wie das mit der Funkverbindung so klappt insgesamt. Aber sollte eigentlich, wir haben eine Deep Space Probe, über die wir, also ein Deep Space Network aufgebaut. Mit einer sehr, sehr großen Antenne, die uns eigentlich hier ganz gut versorgen müsste. So, da kommt das. Hier sind auch mal wieder 13 Science Punkte von unserer Bodenstation eingetroffen. Da nochmal. Jetzt geht es richtig los. Viel ist 1 Punkte. Gut, weil wir wirklich mal Tage vorspulen. So, und ihr seht, das trägt uns jetzt auch relativ nah ans DUNA Startfenster ran. Von daher ist das auch gar nicht vergebene Liebesmühe. Jetzt müssen wir hier jetzt mal ein bisschen zur Zeit raffern. Ich hoffe, dass mit der Burn Time 1 Tag 5 Stunden ist irgendwie schlecht kalkuliert. Ich hoffe wirklich, dass das schlecht kalkuliert ist. So. Extend Radiator. Automated Cooling on. Okay, cool. Wir sind bereit. Ich weiß, dass dieses Triebweg da oben sehr wenig Schub hat. Ich hoffe, es ist wirklich nicht so wenig. Das wäre echt bitter. Mal sehen. Mal sehen. Los geht's. 1. 1. 2 Probe. Go. Ich hoffe, nicht einen Tag Burn Time. Dann haben wir ein bisschen was zu tun, die nächsten Streams. Können wir irgendwas anderes spielen währenddessen. Dann habe ich wirklich heftig andere Aspekt. Wie gesagt, wir hoffen mal das Beste. Das ist halt auch schon ein sehr kleines Triebwerk. Da hat, ne? Ah. Aber das Gute ist, wir sind wirklich seitlich in line zur Sonne, das heißt, wir könnten potenziell die Zusatzantenten ausführen. So, sind wir schon über die Duna-Umlaufbahn hinaus eigentlich? Ja, da müssen wir mittlerweile, aber ein bisschen. Aber es ist noch viel zu tun, es ist noch wirklich viel zu tun. Ich hoffe, diese Kalkulation ist falsch mit der Burn-Time. Das wäre sehr bitter, auch wenn ein Körbentag nur sechs Stunden lang ist. Genau, der Propeller hat nicht genug Schub. Das wird sein. Los geht's! Ähm... Ah, man muss den Reaktor hochfahren, okay. Okay, wenn man den Reaktor hochfährt, ist besser. Reaktor hochfahren ist besser. Aber... Ist immer noch ziemlich lange. Also es sind nicht mehr ein Tag, es ist nur noch eine Stunde. Und ihr so? Was bei euch so los? So. Genau, positiv ist das nicht rückwärts fliegt. Ich glaube, das können wir durch die Zündung eines dieser Triebwerke relativ schnell beheben. Ähm... Es fliegt, sagen wir es mal so. Es ist theoretisch klein genug, dass wir es versuchen können, Ehm... Physics-Time-Warp drüber zu legen. Sieht gut aus. Sieht immer noch gut aus. Scheint stabil zu bleiben. Okay. Wir müssen die Hitzeentwicklung ein bisschen beobachten. Ich hoffe, dass das alles gut passt. Es entsteht ein bisschen Waste-Heat, aber... Nix Wildes. Eine Stunde musst du noch die Node halten. Ja, alles gut. Die Node wird sich so stark nicht verschieben. Wie gesagt, meine Sorge gilt eher der Hitzeentwicklung des Antriebs. Genau, endlich habe ich mal richtig viel Zeit für euch. Ich habe... Ich habe jetzt gerade eine... Wenn der Zeitraffer funktioniert, eine Viertelstunde bekommen. Was macht ihr denn so? Schönes. So... Ja, Mensch. Zeit für Kaffee. Hitze-Overlays sehen gut aus. Tja. Genau, es ist aber kein Ionen-Burner. Rechtlich gesehen gilt das nicht als Ionen-Burn. Das ist immer noch ein konventionelles Triebwerk auf Atombasis. Tja. Tum-tum-tum-tum-tum. Genau, wir könnten ein paar Rifts in Diablo laufen. Ja, Raumfahrt braucht seine Zeit, ne? Raumfahrt braucht seine Zeit. Vielleicht hätte ich ein größeres Triebwerk nehmen sollen, aber so war es halt effizienter. Und immerhin kann man ja über das hochgefahrene Triebwerk ein bisschen was machen. Also über den hochgefahrenen Reaktor ist es ja schon ein bisschen besser geworden. Das war ja vorher fünf, sechs Stunden. Und guck mal, da hinten sieht man Johl schon. Wir sind quasi mit dem Warp-Propeller unterwegs. Sehen wir schon da. Tatsächlich dauert es noch ein bisschen. Aber man sieht, es passiert tatsächlich was. Wir sind fast auf der Höhe von Drehs angekommen. Also wir sind irgendwo mitten zwischen Duna und Drehs. Mit unserer Apo-Apsis. Wir müssen jetzt noch knapp 1000 Delta-V runterbrennen. Ich denke, die sind hier auch noch ganz gut drin. Und die Anzeigen, ja, zeigen im Moment nicht so viel an, muss man der Ferne selber sagen. Ich weiß nicht, was uns das alles hier sagen soll. Ah, jetzt kommt doch wieder was. 1630, sagt er, haben wir noch. Wir brauchen noch 900. Spannend wird es halt, wie wir damit bremsen. Also wir werden viel über Gravitation arbeiten müssen. Und ich glaube, wir werden nicht oft in Orbits einschwenken können. Also ich glaube, wir werden an ganz vielen Stellen tatsächlich über Flybys arbeiten müssen. Um zu versuchen, so viel wie möglich abzugrasen. Und dann hoffe ich mal, dass die kleinen Jungs hier genug Power haben. Das haben wir natürlich vorher nicht berechnet. Um auch wirklich nach Hause zu kommen. Sonst wird es schwierig. Sonst wird es schwierig. Aber wir haben ja ein bisschen Zeit. Uh, das hätte ich nicht tun sollen im Time Warp. Dinge, die man im Time Warp nicht tut. Sein Raumschiff steuern. So, ich richte das einmal neu aus. Okay, passt. Und wieder Time Warp an. Sehr schön. Empfang ist aber im Moment auch noch sehr, sehr gut. Also unsere große Antenne scheint uns noch zu schützen. Erklär doch mal die Delta V-Map. Was, wie, wo? Kannst du ein kleines Tutorial für die Delta V-Map machen? Macht das mal eben. Beziehungsweise ruht euch mal den Befehl. Macht euch die auf. Und dann kann ich die mal erklären, wie das eigentlich immer gedacht ist. Genau, für alle, die es noch nicht verstanden haben. So lange nehme ich nochmal einen Schluck Bier. So. An so einem Planeten dran. Steht halt immer, oder an dem Mond natürlich auch, steht immer dran, wie viel man braucht, um in den Orbit zu kommen. Körbin ist ein bisschen speziell. Da steht halt die 3400 in so einem Balken drin. Aber wenn ihr zum Beispiel... Ach nee, das ist nicht speziell. Entschuldigung. Mein Fehler. Es steht halt immer ein Übergang von einem Bild zum anderen. Ihr habt den Planeten und dann zum Beispiel so ein Low Orbit. Da steht auch meistens eine Zahl dran. Auf Körbin zum Beispiel 80 Kilometer. Und dann steht auf dem Balken 3400. Das heißt 3400 Delta V braucht ihr, um von Körbin vom Boden in ein 80 Kilometer Orbit zu kommen. So. Jetzt gehen wir mal den Weg Richtung Moon weiter. Auf dem Weg Richtung Moon ist dann quasi als nächstes 860 Delta V für einen Intercept vom Moon nach 8 Stunden. Also es ist ein relativ niedrig Energie Intercept. Man kann den mit 900 Delta V auf 4 Stunden, 3 Stunden auch runterbringen. Aber 860 braucht ihr auf jeden Fall. Wenn ihr dann so angeflogen kommt, braucht ihr dann wiederum nochmal 310 Delta V, um euch in einem niedrigen Orbit runterzubremsen. Das unterscheidet sich aber. Also auf dem Moon ist jetzt zum Beispiel aufgemalt ein runder Orbit mit 14 Kilometer Höhe, 310 Delta V. Als Vergleich zum Beispiel, wenn ihr Richtung Duna guckt oder Richtung Eve, habt ihr als Zwischenschritt nochmal einen hochelliptischen Orbit. Das ist quasi der Catch überhaupt erstmal, dass ihr euch fangen lassen könnt. Ähm. Zusätzlich gibt es eben an den Planeten jeweils noch so einen aufgemalten Pfeil, wenn ihr da hinkommt, der darauf hinweist, dass potenziell ein Error-Breaking möglich ist. Das ist manchmal schlauer und manchmal weniger schlauer. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt mal ins Johl-System guckt, seht ihr an Johl und an Lave sind Aero-Breaks möglich. Damit könnt ihr natürlich sehr viel Treibstoff sparen, wenn ihr euch irgendwie über eine Atmosphäre einbremst, statt selber zu fliegen. Heißt aber eben auch... Oh ja, das wird langsam richtig heiß. Heißt aber auch, die ganze Kiste kriegt dann entsprechend auch ein bisschen was von Latz an Hitze und Luftwiderstand. Ähm. Genau. Und das ist es eigentlich schon. Und letzten Endes könnt ihr immer hinter dem Planeten, also zum Beispiel beim Moon steht dann auch noch sowas wie 5150. Und 5150 ist, meine ich, die Zahl, um da komplett einmal hinzufliegen und die Landung durchzuziehen. So. Rückflug nicht inkludiert. Werde ich mir noch die Lego Saturn 5 holen und die bauen? Ja. Werde ich. Definitiv. Und HiWater, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Koronauten. Ich habe ein bisschen die vielleicht begründete Sorge, dass mein Cooling nicht ganz ausreicht. Wir sind noch in einem okayischen Bereich, aber... Wir bauen ganz gut Hitze auf. Mal gucken, ob sich das stabilisiert irgendwo. Oder ob wir hier noch was zu erledigen haben. Was, was ist das? L1, C1, L2, C0 und so weiter. Auf was beziehst du dich? Reden wir über die Delta V-Map. Genau. Aero Brakes bei Joel. Naja. L1, C1... Ah! Das ist das Tracking Station Level und das du brauchst, um dort hinzukommen, mit einer Antennenklasse kombiniert. Also wenn du eine Level 1 Antenne hast, also zum Beispiel L1, C1 heißt, du brauchst eine Level 1 Tracking Station und eine Klasse 1 Antenne, also aus dem niedrigsten Segment, um zu funken. Oder halt L3, C1 bedeutet eine 3er Tracking Station, dann kannst du auch wieder eine kleine Antenne nehmen und so weiter und so fort. Weil die Kombination von dem Level deiner Tracking Station und der Antenne, die du benutzt, quasi in KSP darüber entscheidet, wie viel Reichweite du hast. Also bei Eve zum Beispiel siehst du, wenn du eine Level 2 Tracking Station hast, musst du eine Klasse 4 Antenne mitnehmen, um dort eine Funkverbindung zu kriegen. Upgradest du aber auf Stufe 3 Tracking Station, reicht eine Klasse 3 Antenne. Und Duna hat definitiv die Pfeile für einen Arrow Break drauf. So. Ich bin gespannt, ob sich das stabilisiert, bevor wir mit unserem Manöver durch sind. Beziehungsweise muss es sich nicht mal stabilisieren, es muss nur langsam genug werden, dass wir dann ausmachen können. Es ist nicht mehr so weit, Freunde. Wir durchbrechen jetzt gerade den Drehsorbit. 500 Delta V sind noch abzuarbeiten. Es ist, es ist alles mehr oder weniger grün. Außer die Radiatoren, die sind sehr rot. Aber von der sonnenbeschienen Seite sehen sie gar nicht so schlimm aus. Hust, Hust. Können wir da nachher unsere Spiegeleier drauf braten auf den Dingern. Ja, ich denke auch. Also sie, das Ding wird auch irgendwann eine gewisse Sättigung erreichen, weil sie immer mehr Hitze wegradiaten. Also je mehr Hitze sie aufbauen, umso mehr radiaten sie scheinbar. Das heißt, es bremst auch den Anstieg nach und nach ab. Aber wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, die wir brennen müssen. 26 Minuten genau genommen noch. Ich korrigiere noch mal die Ausrichtung. So. Mal gucken, ob wir damit durchkommen oder ob wir eine Abkühlpause machen müssen. Ich hoffe, dass das insgesamt hinhaut. So. Wir sind von Körben auch noch nicht so weit weg, oder? Ne, das hält sich noch in Grenzen. Aber beschleunigen jetzt natürlich gerade ziemlich raus. Eieiei, ich hoffe, das passt. Ich hoffe, das passt. 23 Minuten noch. Also, durch vier. Wir haben dann vierfach Zeitraffer drin. Es wird gut werden, Freunde. Es wird gut werden. Es wird ein schöner Anflug auf Yol. Die Frage wird eher, wie viel können wir mit dem Sprit, den wir jetzt noch haben, so noch anfangen. Gegenfalls müssen wir eine Sonde opfern, ehrlich gesagt. Wie viel ist hier drin jeweils? 18 Liquid Fuel. Dass wir sagen, wir ziehen uns dann nochmal Liquid Fuel raus. Und schmeißen eine Sonde ab, dass wir sagen, okay, wir können nicht so viel Science zurückbringen. Jetzt mal sehen. Wie gut das klappt. Es kommt ein bisschen darauf an, wie gut wir Monde treffen für Swing Buys. Weil man kann im Mule System relativ viel mit Swing Buys erreichen. Tatsächlich. So, wir scheinen stabil zu sein bei 62, und ein bisschen. Es steigt noch ganz langsam. Aber es steigt eben nur noch ganz langsam. Der Weltraum High mit der roten Flosse. So, dann werden wir den Radiator, den Radiator sag ich schon, den Engine erstmal wieder auf geringe Leistung zurückfahren, dass der nicht sein ganzes Plutonium verbrennt. Aber es sieht doch so schlecht gar nicht aus. Also, ich glaube wir kommen mit der Probe ganz gut durch. Und wir haben dann noch ein paar hundert Delta V zum manövrieren im Mule System. Da werden wir uns gleich noch ein Manöver für planen. Dann gucken wir mal, ob wir direkt im ersten Anflug was treffen. Welchen Sinn erfüllt denn der Propeller da hinten? Das ist der Warp Propeller. Der rollt den Warp um. Nein, das ist eigentlich ein Sensor, also ein wissenschaftliches Gerät. Ein Sensor, der die Feuchtigkeit im Boden misst. Aber er ist halt gleichzeitig auch eine relativ starke Antenne. Und da ich so große starke Antennen noch nicht habe, habe ich gedacht, ich kombiniere einfach beides miteinander. Und wir haben ihn jetzt ausgefahren und ich habe ihn da vorne drauf gebaut. Einfach um genau diesen dummen Witz mit dem Warp Propeller oder dem Warp Rührer. Warp Mixer kommt eigentlich noch viel besser. Mit dem Warp Mixer ab und zu mal reißen zu können. Tatsächlich ist es aber ein Experiment, was gleichzeitig ein Double Take als Antenne macht. Zum Schaumischschlagen der Warp Blase wegen geringerem Widerstand. Genau. Du kennst das doch, wenn die aus sehr großen Höhen... Es ist immer gut, wenn man Sachen so mit Beispielen dann auch noch erklärt, damit es glaubhafter wirkt. Wenn die aus sehr großen Höhen so Turmspringen machen, dann wird unten auch so Wasser auf die Oberfläche gemacht, damit das nicht so hart ist beim Aufschlagen. So ist das mit dem Warp Mixer auch. Der Warp Mixer schäumt dem Warp ein bisschen vor, damit es uns leichter fällt ab einer gewissen Geschwindigkeit. Die liegt bei ungefähr 88... Ne, waren das 88 Meilen? Oh Gott, ich habe so lange nicht mehr Dings geguckt. 88 Meilen, 82 Meilen, 80 Meilen. Dann geht die Kiste halt leichter in den Warp auf jeden Fall. Mit weniger Energie, wenn wir den Warp vorher schön schaumig gerührt haben. So. Äh, die Meilen beziehen sich natürlich auf zurück in die Zukunft. Wie viele Meilen waren das denn? Ich habe die Zahlen nicht mehr parat. Oh, wir beginnen abzuweichen. Ich muss ein bisschen gerade ziehen. Manöver, warum machst du das Feintuning unten links im Hut? Äh, weil ich schon viel zu lange KSP spiele und mich daran gewöhnt habe, es mit den Bubble Dingern zu machen. Ähm, jeder der heute anfängt, wird es wahrscheinlich mit den Manöver Settings hier machen. Definitiv. Ich hab... Ich hab... Ich mach... Denk einfach meistens gar nicht dran, dass es sowas gibt. Weil... Es das früher auch nicht gab. 85 Meilen. 88 Meilen für den Fluxkompensator? Genau. Ja, ich beziehe mich auf den Fluxkompensator, genau. Natürlich, den mussten wir irgendwie noch mit einbauen. So, Freunde, gleich haben wir es. 100 Meter pro Sekunde noch. 5 Minuten, also für uns noch eine. Ihr seht... War doch gar nicht so lange, oder? Ich meine, ich quatsch euch da einfach durch. Das ist so... So ein kleiner Burn. Gibt uns halt auch mal Zeit. Man kann ein bisschen gucken, dass die Kühlung funktioniert. Die läuft sogar rückwärts im Moment. Ist wahrscheinlich ein bisschen frischer hier. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. So. Jetzt sind wir kurz davor. Gleich, gleich treffen wir... Das wunderschöne Johl-System. So, und dann müssen wir mal gucken, wie wir da eigentlich reinkommen. Okay, da müssen wir ein bisschen was noch korrigieren. Aber auch das wird machbar sein. Ich denke, das wird nicht so viel Aufwand geben. Und dann gucken wir mal, dass wir da was Schönes treffen. Es gab auch eine Geschwindigkeit, meine ich. Es gab eine Geschwindigkeit. Ich meine, der Spruch bezieht sich auf eine Geschwindigkeit. If this baby hits bla 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 miles. Dann... Also, das war glaube ich die Erklärung von Doc Brown. So. Jetzt schauen wir mal. So. 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 Wie gesagt, ich glaube auch, dass das so stimmt. Ich habe es zumindest auch mit 88 Meilen im Kopf. Aber ich habe den Film so ewig nicht mehr gesehen. Aber wahrscheinlich laufen einfach wieder zwei Diskussionen nebeneinander. Das ist eine Diskussion über die Meilen und ob das Gigawatt oder Gigajoule sind. Ich habe die laufen und ich mische mich da gerade in Diskussionen an, die ich gar nicht mitgelesen habe. So. Jetzt müsste... Ah, da ist er. Da kommt mein Manöver. Sehr gut. Reicht eigentlich auch fast schon so. Sehr gut. Ich mache jetzt mal aus. Wo stehen wir temperaturmäßig? 74%. Ja. Wir können gleich mal ausmachen. So. Und dann planen wir uns ein neues Manöver ein, um Joule zu erreichen. Zack. Aus. Und er ist rückläufig. Sehr schön. Also ab jetzt kühlt er runter. Ich ziehe den trotzdem mal auf den Werktor auf 10% zurück. So. Kann er sich hier ein bisschen entspannen wieder. So, Freunde. Und wir haben jetzt eine kleine Aufgabe. Wir müssen nämlich eine Mid-Kurs-Correction bauen. Beziehungsweise eigentlich so unsere Vorbereitung zum Swing-By-Manöver. Das wird erst sehr viel später sein. Ich werde es außerhalb von so vielen wie möglich machen. Da versuchen wir uns nämlich jetzt rein zu fummeln in das ganze Thema. So. Und hier kann man jetzt normalerweise auch so arbeiten. Wie gesagt, ich habe mir das halt angewöhnt, einfach darüber zu arbeiten. Aber das ist so, weil wir alten KSP-Veteranen das halt so gemacht haben. Man kann natürlich auch, um euch das mal zu zeigen, natürlich komplett so arbeiten. Das ist völlig legitim, das so zu tun. Also nur weil ich das anders mache, heißt das nicht, dass dieses Tool irgendwie verboten ist oder nur vom Teufel benutzt wird. Alles ist gut. Guck mal, das sieht gut aus. Hier kriegen wir... Wir kriegen unseren Swing-By irgendwo geschenkt. Den kriegen wir irgendwo. Ich habe gerade eben schon eine Interaktion gesehen. Ich weiß nicht, ob wir direkt am äußersten Mond schon arbeiten können. Aber ich werde alle Monde abklappern. Stück für Stück. Ah, zu viel. Seht ihr das? Ich kann mit dem Ding einfach nicht arbeiten. So, ich brauche die wieder draußen. Erstmal. Lass mal ein bisschen viel dann direkt. Komm rein, komm rein, komm rein. So. Wie kommen wir da jetzt? Wir kommen so rein. Das ist gar nicht so schlecht. So und jetzt gucken wir mal, ob wir einen von den Jungs erwischen. So, erstes Ziel bist du. Na, da sind wir uns ziemlich einig, dass das nicht der Fall ist. So. Can we please weiter an der Manövernote arbeiten? Was jetzt mit dem Manövernote passiert? Thank you. So. Ah, auch nicht. Okay. Das ist insgesamt bisher sehr bitter. Betreffen sie so gar nicht. Okay. Okay. Der wäre nicht so fatal weit weg. Ja, doch wenn ich ihn kreuze dann schon, ne? Also mein Liebling ist eigentlich tatsächlich Wall, weil Wall, ich meine eine relativ hohe Schwerkraft hat und keine Atmosphäre an der man sich die Finger so hässlich verbrennen kann. Ach komm. Okay. 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 So, dass wir sie nur noch zueinander bringen. Okay. so, dass wir jetzt auch mal zu füllen. So. Und dann. So. 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 Ich kriege meinen Flybein So Nur noch aufpassen, dass ich ihn nicht Kille So, der schießt uns aber raus, glaube ich, oder? Oh ja, okay Das heißt, ich muss in die andere Richtung Wenn ich gebremst werden will Weil, seht, Wall hat unheimlich viel Kraft Finde ich immer Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir auf die andere Seite von Wall kommen Dann müsste Wall Ja, eigentlich einen Gefallen tun, dachte ich Mal gucken, aber es sieht immer noch nach Meject aus Oh, komm Immer noch nach Meject, sehr weit raus Spannend Why you do this to me Komm so Schade Der ist es nicht Der ist es nicht Ich brauche irgendwo eine andere Bremse Lass mal hoch Das ist nicht so gut Der gibt uns halt so viel Speed drauf Diese Korrektur Das ist nicht so gut Ich brauche nur eine andere Bremse Oh, jetzt leckt sich das Spielgerät tot Das würde mir das komplette Manüre versauen Das hat uns doch nicht rechtzeitig losgelassen So Versuchen wir mal rückläufig, was passiert So, der schießt mich relativ straight raus Fast aus dem gesamten Kürbensystem Aber der hier sieht nicht mehr so schlimm aus Der hier sieht tatsächlich sogar so aus, als ob er mich fast fängt Die Frage ist, wieviel bleibt da noch übrig So ein bisschen aufpassen So Mit den Science Punktenpatsch kannst du dir Smileys freischalten zum Beispiel Was nur richtig viel bringt, wenn man zum Beispiel kein Sub ist So, 71 Kilometer Höhe müsste relativ safe sein, oder? Okay, das ist hier 50, okay Das heißt, wir haben hier eine gute Möglichkeit dann mit einem Oberfeffekt Manöver nochmal zu zünden In der Hoffnung Dass wir gefangen werden Oh, das fühlt sich nach viel an Was ich hier gerade zusammenziehe Na, wieviel ist es? 142 Meter pro Sekunde Das dauert halt eine Weile, ne? Hm Oder wir lassen dieses Manöver so wie es ist So So Wir kriegen den ersten Slingshot hin So, wir Slingshoten uns hier raus Also wir Slingshoten uns hier raus Kommt da raus Neue PE Das ist keine Option Hängt da gerade schon wieder Hm KSP ist abgeraucht Freunde Sehr schön Sehr schön Was hast du verpasst, Damon? Ähm Das kommt drauf an, wann du eingestiegen bist Ich muss gerade mal KSP neu starten Hat sich irgendwie angekündigt, dass er das machen möchte Ziemlich gezuckt und gewackelt So Dauert einen kurzen Moment Genau, könnt ihr gerne für eine Bio-Break nutzen Ähm Es kommt halt drauf an, wo du ausgestiegen bist Ähm Damit ich dir sagen kann, was du verpasst hast Ja Ja, ja Alles unsupported Ignore Thank you Nein, ich meine Wo bist du vorher weg? Deshalb, äh Dazwischen ist ja eine Spanne Von dem, was du verpasst haben kannst Hm Freunde Das mit dem Manöver wird nicht so simpel klappen, wie ich mir das erhofft hatte Ach du hast jetzt erst angefangen Ja, wir haben Was haben wir denn gemacht? Wir haben Problows geschossen Wir haben Duna Problows geschossen Wir haben das Duna Programm angenommen Wir haben ein paar Tests durchgeführt Das müsste es grob gewesen sein, was wir heute so bisher gemacht haben Grob müsste es das gewesen sein Oder haben wir noch irgendwas anderes gemacht? Mir fällt jetzt nichts ein Im Rückwärtsgang des Körpers Ja, wir haben sehr langen Burn gemacht Nach Jul raus Der hat sich tatsächlich So ein bisschen gezogen Es ist einiges passiert heute ja Wobei Zeitintensiv war auf jeden Fall der Burn Der Äh Brauchte ein paar Momente Kannst du denn das KSP mit deinem Pack nicht läuft? Vielleicht Brecken und ich habe Das glaube ich eigentlich nicht Weil keins der Mods bedingt Breaking Ground normalerweise Würde mich zumindest wundern Ähm 1.7.2 Version Kompatibilität auf 1.6 oder 1.7 Das einzige was natürlich sein kann Ist dass irgendeins der Mods gepatcht hat Auf einen Zustand Wo es ähm Wo es abstürzt Da kann ich halt nichts gegen tun Ich kann dem Modentwickler nicht sagen So, oh ja Patch halt mal eure Mods nicht mehr Die Mods verändern sich natürlich Kannst du mal deine Flaschen grün anmalen Das wäre witzig oder Wenn man so nichts mehr sieht In Teilen ist das ja auch so Also das Schild ist grün Was sie so witzig durchsichtig macht Kommt auch sehr gut mit so Becks Flaschen oder sowas Greenscreen immer wieder eine Freude wert Ich weiß gar nicht Ob Jebediah auch Weckge-Greenscreen wird Geht so ne Scheint okay zu sein Oh hier vorne wird er scary Oh hier vorne beginnt er ein bisschen scary zu werden Ja Ja hier vorne Greenscreen Jetzt ihn so Uh ghostly Jebediah Ja Das ist tatsächlich ein bisschen scary Grüne T-Shirts sind auch nicht so gut Grüne T-Shirts funktionieren auch nur sehr eingeschränkt für Streamer Willst auch einen Jeb? Den kannst du dir im Internet bestellen Ich weiß auch wie heißen die Shapeways Sind so 3D gedruckte Jebediah und ich glaube Valentina und Bob Und wie sie nicht alle heißen gibt es auch Sind so kleine 3D gedruckte Figürchen Ich meine Ich meine Shapeways Heißt das Hat mir meine Frau mal zu Weihnachten geschenkt Vor einigen Jahren schon Als sie noch dachte das geht vorbei mit den Kürbels So Now again Back to the Manöverplanung Back to the Manöverplanung Aber 55% Reputation Also wir haben uns nach den Touristenverträgen wirklich gut wieder erholt Wirklich gut wieder erholt So Jetzt müssen wir da wieder hin zu unserer Jule Mission Und die abholen Und einplanen Das Manöver Wir kriegen das irgendwie hin Also der Der Swing By an Leif sagt auf jeden Fall schon mal Hey alles wird gut Ihr dürft nach Jule fliegen Und wir dürfen auch im System bleiben Das Passt Zumindest schon mal Ich will Doch ich will Fly Ich will den Flyen Okay Das passt schon mal Also mit den Delta V Zahlen kommen wir hin Die Frage ist halt Wenn wir dann gecatcht sind Wie viel bleibt uns noch übrig Um Swing Byes an den Monden zu machen Wir sind da halt sehr eingeschränkt Von dem was möglich ist nachher Thank you We're traveling with Deutsche Bahn So Wir haben unseren Encounter Der ist auch noch da Das ist doch schon mal schön Tolles Achievement Yay Yay So hier irgendwo Manöverenden Fokus View von mir aus War aber eher so Lave als Target So Now Vor der Manöverplanung Und So We're gonna Malen Was Das Was We're Was 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 Macht es aber eher schlimmer als besser, würde ich sagen. Ja, okay. Das ist nicht die Answer. Ja. So, und da kriegen wir irgendwo unseren... They fly by. Eigentlich ist er in die Richtung schon gar nicht so schlecht. Weil wir kriegen... Wir kriegen hier schon mal ganz gut eine Drehung um Yol hin. Schießt uns aber halt echt auch fies raus, ne? Eigentlich falsche Seite. Mal gucken. Da ist er. Da ist der Catch, jetzt ist nur die Frage. Samimi, vielen lieben Dank für den Follow und ganz herzlich willkommen. Ach, das war das Problem. Ich dachte mir bereits, dass es so ein Problem geben könnte. Ganz herzlich willkommen bei den Coronauten, weil der Satz nicht zu Ende sprechen wollte. Wo ich angefangen habe, mich über mein eigenes Manöver zu amüsieren. Also man kann das schon machen, man ist dann halt kaputt. Gut, wir hätten hier einen relativ schönen Fly-By, bla 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 bla. Schießt uns dann halt endgültig aus allem raus. Richtig? Richtig. Also wir kriegen eher mehr Speed drauf. Aber ich glaube, wir sind auch auf der falschen Seite von Yol unterwegs. Ich überlege halt ernsthaft, ob wir nicht einfach... Was passiert jetzt? Das ist die andere Seite, ne? 90 Kilometer Bremsung. Dann haut es uns raus in noch einen Life Encounter. Ne, warte. Wir haben einen Life Encounter. Der haut uns in einen... Was passiert hier? Life Encounter zieht uns raus. Der haut uns angebremst in einen Tylo Encounter. Der uns wiederum hochhaut in so einen ganz witzigen Orbit. Theoretisch müsste der uns früher oder später zu jedem Mond bringen können. Wenn wir den... Ehrlich gesagt ist der gar nicht schlecht. Der müsste uns nach und nach zu jedem Mond bringen. Weil wir kassieren... Wir kassieren Life auf jeden Fall. Und können Science-mäßig an Life alles im High- und Low-Orbit-Up frühstücken, so schnell wie es geht. Das machen wir halt einfach im Vorbeiflug. Da müssen wir halt alle Fenster vorbereitet haben. Zack. Life erledigt. Innerster Mond. So. Dann werden wir rausgeschossen an Tylo. Und können bei Tylo schon mal den hohen Part machen. Jetzt wäre noch die Frage, ob wir ihn hier noch ein bisschen korrigieren. Um... Discovery. Nominal Miko. Olms 1. Not required. Gott, der schreckt mich nicht so, Travis. Hahaha. Dankeschön für 100 Bits. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich war gerade ein bisschen im... Im... Im Manöverplan in meinem Kopf drin. So. Die Überlegung wäre nämlich, ob wir dann sagen... Jo. Und wir korrigieren das Manöver noch ein bisschen, um von Tylo noch einen anderen Schwung zu bekommen. Eigentlich um weiter rauszugehen potenziell. Kein Gesicht war gut. Ja. Ich habe mich auch ein bisschen verjagt für einen kurzen Moment. Äh. Zack. So. Weil die Überlegung wäre, uns wird es ja eigentlich helfen... Hier hin heranzukommen. Supergeil. Das funktioniert tatsächlich, dass das andere dafür weiter rausgeht. Weil ich würde gerne in einen niedrigen Tylo Fly Ball gehen. Weil wir dann weniger Energie verbrauchen. Ähm. Um das wieder aufzubauen. Weil... Der Punkt ist halt... Ich muss einen Lave nicht nochmal vorbei. So. Und je größer das hier schon ist... Umso besser kommen wir dann nachher an die anderen Sachen ran. Also an die anderen Monde. Versteht ihr, was ich meine? Das einzige, was wir dann halt nicht machen, ist ein... Ups. Das war ein bisschen viel jetzt. Ich muss mal den hier nehmen. Das ist das Target von der ganzen Geschichte. So. Da geht es mir jetzt noch nicht so sehr darum, dass ich ihn treffe. Aber früher oder später werden wir damit die Monde treffen. Das ist dann alles nur noch eine Frage von so Umlaufzeiten. Und wir können uns dann nämlich... Das Schöne ist, das wäre sehr energieeffizient. In dem Sinne, dass wir sagen, wir schieben uns jetzt einfach Stück für Stück an die verschiedenen Monde raus. Wir haben mit Tilo... Ich weiß nicht, ob 268.000 wird sicherlich noch kein echtes Low-Over sein. Aber das Schöne ist, wir sind auf einer Umlaufbahn, wo wir Tilo nochmal begegnen werden. Früher oder später. Und dann halt einfach in eine niedrige Umlaufbahn korrigieren. Die eventuell sogar für einen Swing-Buy nutzen, um auf die nächste Bahn zu kommen. Mit Bob und so weiter und so fort. Und währenddessen bereiten wir eigentlich jeglichen Schub, den wir schon geben mit der Hauptsonde, bereitet unsere Nebensonden wiederum darauf vor, dass sie das System verlassen können, also das Joule-System verlassen können. Weil wir den Orbit immer größer schrauben und damit der Energieaufwand, um von Joule wieder wegzukommen, immer niedriger wird. So meine Hoffnung, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das könnte so ein ganz erfolgreicher Ansatz sein. Ich glaube, das funktioniert. Okay. Lassen wir so. Exakt so. Weil das passt mir ganz gut. Dann haben wir Wall und Anflug. Also wir kommen rein. Wir kassieren Leif in einem direkten Überflug auf 90 Kilometer Höhe. Wir ziehen uns Wall noch rein. Ich glaube, nur in High Orbit bin ich ziemlich sicher. Äh, Tylo. Entschuldigung. Warum sag ich denn Wall? Und kommen dann auf einen Orbit, der quasi zwei Monde abdeckt. Also wir haben eine hohe, also wir haben irgendwann eine Chance Wall zu treffen. Und wir haben irgendwann eine Chance, Tylo zu treffen. Dann können wir die beiden abfrühstücken und in dem Moment, wo wir einen von denen treffen, versuchen wir mit denen, also zum Beispiel wenn wir Tylo treffen, versuchen wir vielleicht, falls wir Wall dann schon erledigt haben. Müssen wir mal gucken. Es wird immer ein bisschen Einfluss auf die Orbits haben. Versuchen wir dann damit schon mal unseren Orbit weiter rauszustrecken in Richtung Bob zum Beispiel. Dann irgendwie noch Pol zu erwischen. Wenn das 20 Jahre dauert mit der Rakete, dann dauert das halt 20 Jahre. Wir können ja zwischendurch schon mal Science Ergebnisse zurückfunken, die legitim sind. Also die übertragbar sind, wenn wir das möchten. Und ansonsten füllen wir einfach unsere Probes. Es dauert eh jetzt wie lange? Zwei Jahre, bis wir da sind. So. Schmidt, vielen lieben Dank für den Sub und ganz viel Spaß mit deinen Kerbal Emojis. Und Sammy, vielen lieben Dank für 440 Bits insgesamt. Mh, Sandwiches. Mh, Dankeschön. 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 So. Ich finde, ihr solltet dringend noch von eurem Recht auf Kerbal Emojis gebrauchen. Mh, das gehört einfach mit dazu. So. Sonst muss ich das machen gleich. Das speichern wir jetzt einfach ein. Hier haben wir nämlich in 168 Tagen unser nächstes Manöver. Bis dahin sollte sich hier auch alles wieder beruhigt haben. Ich glaube, den Kühlungen geht es auch schon wieder sehr viel besser. Das. Genau. Man trifft ihn sehr gut. Und das haufenweise es heißt. Und man kann halt genau sowas mit ein bisschen Getüftel und Glück. Also eigentlich ist es noch nicht mal Glück. Mit ein bisschen Getüftel trifft man immer irgendeinen dieser Monde. So, dass ihr mit relativ wenig Aufwand euch in einen Orbit reinziehen könnt. Und sowas wie ein Polarorbit um Jol ist natürlich super, wenn man Geduld hat. Der Punkt ist immer Geduld zu haben, spart sehr viel Delta V bei Raumschiffen. Dann einfach zu sagen, jawoll, ich warte jetzt eine Weile. Ich warte jetzt eine Weile, ich lass mir jetzt ein bisschen Zeit und kassier dann in aller Ruhe die Sachen ein. Und dann spart man halt sehr viel Sprit. Und Sammy, dann auch an dich noch ganz herzlich willkommen bei den Abonnenten. Und ja, viel Spaß mit den Körbel Emotes. So. Gut, haben wir das. Das heißt, jetzt ist der nächste Schritt eigentlich, dass sich unser Fenster nach Duna öffnet. Wir können jetzt mal, während wir ein bisschen was getan haben, gucken, ob es neue, hier ist auch echt schön zu sehen, wie Jol und Duna gerade so nebeneinander stehen. Ähm, wir können jetzt mal gucken, ob es eventuell neue Missionen gab. Ja, einfach mal ein bisschen. Warte mal, kann ich? Habe ich von jedem? Muss mal gucken, ob alle ein Herz mit dabei haben. Ja, nicht alle. Doch, fast alle. Na gut, da kommt einfach ein Körbel mit dazwischen. So. Ich glaube, ich habe jetzt alle, habe ich alle erwischt. Ja. Ah. So viel Liebe. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Okay. Nächster Schritt. Duna Mission auf den Weg bringen. Aber vorher. Ja. Verträgen gucken. Science Data von Space Around Minmus wird früher oder später auch passieren. Plant Flag on Minmus wird garantiert auch mal wieder passieren. Entschuldige Stationers Antenna, bla bla bla. Ne. Ne. Ah, hier ist noch nichts für Duna mit dabei. Keine Contracts mehr frei. Ah, shitty. Stimmt, ich habe auch keine Contracts mehr frei. Ich muss mal langsam wieder was erledigen. Mhm. Mhm. Es riecht nach Minmus, würde ich sagen. Science Data von Space Around Minmus. Ich hoffe, ich habe da noch was in place. Sonst wird es jetzt wirklich langsam bitter. Das ich da hinfliegen muss. Ich will da gar nicht hinfliegen. Aber vielleicht wird es Zeit einfach mal einen Forschungssatelliten um Moon und Minmus zu platzieren. Damit man genau das machen kann. So. Minmus, da ist doch irgendwas. Irgendwas ist doch da. Was sind alles diese Bodenstationen? Okay, da ist echt nichts im Orbit übrig geblieben. Nur dieser arme Propodine. Ich werde wohl oder übel zwei Props los schicken müssen, die an diesen wundervollen Lokationen Wissenschaftsdaten besorgen. So. Flag und Minmus machen wir nicht. Science Data gibt uns 29k. Äh, gibt uns 22k. Heißt also 50.000 mehr bin ich nicht bereit auszugeben für die Rakete. Ähm. 50.000 für die Rakete. Damit müssen wir Science Daten von Moon und Minmus einsammeln, damit sich das noch gelohnt hat. Challenge accepted. So. Das hier wird das reine Trägerraumschiff. Äh. Kostet mich das was? Ich kann grad nichts kaufen. Ist grad finanziell nicht drin. Zack. Äh. Kleiner Strom. Äh. Kleiner Strom. So. Das treiben wir gleich noch aus, dass das so wenig Delta病 braucht. Äh. So viele Delta病 sind. jetzt kommen nämlich die echten Satz das Ding, das hat Talk oder? du hast Talk? sagt dass du Talk hast, du hast überhaupt kein Talk? nein why you betray me kann ich den runter scalen? der andere sieht so buggy aus ich nehme das hier in klein sorry fürs runterskalieren aber das hier ist leider mit diesen freischwebenden LEDs ich weiß nicht was da schiefgegangen ist das kann ich nicht ertragen das kann ich einfach nicht ertragen also dann brauchen wir vielleicht doch noch den Probe Core wenn ich schon darüber gesprochen habe zack zack Winter Winter ist der beste das ist die beste Investition die du für 610 Science tätigen konntest also wirklich ist gar nicht zynisch gemeint ich denke es ist die allerbeste Investition die du tätigen konntest mit deinen Science Points mir das mitzuteilen kaufen wäre mir zu teuer 440 ist okay und ich bin auch deiner Meinung ich unterstütze dich in dieser Meinung ich sehe das auch so zack 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 Triebwerke zack zack so und ne Antenne die im Idealfall 5mm reicht doch eigentlich bis zum Mond oder? ich denke die sollen im jeweiligen Orbit verbleiben bis zum ich denke die sollen im jeweiligen Orbit verbleiben bis zum ne 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 alles gut das ist die sollen wirklich der hier trägt die kurz in Orbit hoch ähm dann fliegen die beiden Dinger Richtung ihres jeweiligen Himmelskörpers und dann ist aber auch Feierabend ähm die bleiben da tatsächlich einfach stehen for the greater good damit ich in Zukunft immer mal wieder irgendwie ein dummes Experiment machen kann so und weil ich einfach nicht asymmetrisch arbeiten kann kriegen sie noch ein Pressmatt Barometer auf die andere Seite weil ich das jetzt einfach fertig mache das ist völlig unnütz und übertrieben teuer 1600 umsonst ausgegeben aber so ist das halt so Freunde das ist the Rocket äh oder the part of the rocket which goes to the sky das Lampenleiternthermometer ja genau ähm und dann gucken wir dass wir da jetzt eine möglichst preiswerte Rakete drunter basteln ich hoffe dass uns ein wirklich sehr kleines wundervolles Gerät in die Atmosphäre hochtragen kann äh in den Orbit hochtragen was ist denn falsch mit mir so ja guck mal das ist ja schon mal völlig übertrieben können wir das noch kleiner machen wird das irgendwie billiger was kostet das 390 der Tank kostet 500 der Tank kostet 150 ja alles gut ok hm ich denke auf der Sparsamkeitsebene sind wir immer noch ganz vorne mit dabei so dann kommt hier jetzt so eine richtige richtiger Tank mit einem Schwügel so immer noch genug Schub ohne das mehr als genug um uns in die Atmosphäre zu bringen sehr schön wir sind bei unter 20.000 im Moment noch ich bin fast schon erschrocken so das ist eigentlich auch aerodynamisch genug dass es fliegen müsste aber hier sieht es nicht aus ich packe da hinten jetzt noch ein bisschen Drag ran damit das auch wirklich fliegt so teuer sind die na gut na gut na gut also wir sind aber safe unter den unter den 50.000 drunter also wir verdienen damit sogar noch Geld das macht es für mich fast schon erträglich aber nur fast möchte ich nochmal erwähnen so und dann gibt es hier eine Stage wo wir das mit dem machen und das muss so und dann können wir darüber reden dass das so ist so 1 für 7 dann oben in der höheren links passt das sehr schön wir können damit gut starten I'm pretty confident I guess ja wir werden daran nicht finanziell zugrunde gehen wenn es nicht klappt wäre trotzdem schön wenn es klappt wir hätten sogar noch einen zweiten Versuch und wären Cashflow positiv aber ich bin mir oh 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 god das verrückt mich der Weltraum 3 zack los gehts lass uns das Ding schneller hinschießen bisschen Science Punkte zurück senden alles wird gut dann haben wir das nämlich auch erledigt und der geht uns nicht auf den Keks mit dem scheiß so ein schöner Abschluss um meine Missions Slots wieder frei zu bekommen naja und gut neue Missions Slots also Missionen abschließend gibt Reputation Reputation verändert die Situation was ich machen kann gibt also potenziell neue Aufträge vielleicht irgendwas für Dula los gehts man muss sich das so schönreden dass es Sinn macht was man betreibt so das Ding sieht sehr klar aus das Ding ist auch sehr klein reicht aber völlig ich will ja auch keine große Last bewegen also ich werde vielleicht mal den Moment einschalten können naja der wird auch mit so einer kurzen Rakete relativ schnell flink funktionieren der Trick ist halt dass hier halt gleich diese effiziente Upper Stage kommt die seht ihr jetzt gerade hoch kalkulieren mit jedem Meter den wir machen ich hoffe ich muss sie nicht zu ich kann mal viel zünden jetzt bin ich noch nicht positiv aber gleich geht sie positiv wird knapp die die Das sieht alles ganz okayig aus. Wir werden wahrscheinlich schon noch mit der mittleren kleinen Trägerrakete ein bisschen arbeiten müssen, aber Trägerrakete, das ist die winzigste Trägerrakete ever. Aber, oh, schöne, schöne Ansicht von der Insel gerade. Sieht witzig aus wie so ein Stein, der da unten liegt. Research Bollys sacken jetzt nichts, die habe ich noch nicht gespielt. So, lass ich mal nicht zu flach gehen. Ich glaube, wir haben das ganz gut. Okay, wir haben jetzt gleich 50. Ich gebe ihm jetzt mal einen flachen Kuss. So, das sieht aber gut aus. Schieben uns schön flach raus. Wir haben noch ausreichend Delta V, um das fertig zu fliegen, meine ich. Wenn nicht, haben wir hier noch mal ein paar Delta V. Sicherheitshalber. Das wird doch knapper, als ich gedacht hätte. Mein kleiner Satelliten-Carrier. Ja, aber das funktioniert. Willst 2020, 2022 nach Florida, um mir den Launch des SLS anzugucken? Optimistische Schätzung, mein Freund. Diejenigen von uns, die dieses Programm schon etwas länger verfolgen. Können wir sagen, dass ich vielleicht die Tickets noch nicht kaufen würde? Ohne hier irgendjemand ins Rumpf, um den Schlechtkopf zu wollen. Aber tatsächlich hat sich die Amis da noch nicht mit Ruhm bekleppert. So, mal gucken. Wir werden, glaube ich, auf der Stage nicht mehr ganz in Ordnung kommen. So, lassen wir sie fallen. Ich glaube, wir lassen sie... Ne, ich lasse sie noch nicht fallen, glaube ich, weil... Weil mir das auch mal gelungen werden wird. So. Ja. Ich bringe sie erstmal in den Orbit hoch. Dann kann ich vernünftige Entscheidungen treffen. Zack. Zack. Okay, echt, für mein Modpack brauchst du Breaking Grounds. Da muss irgendein lustiges Mod drauf dependen. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, weil die eigentlich recht eigenständig sind. Was ist das? Das frage ich mich auch, was das hier ist, ehrlich gesagt. So, jetzt gleiten wir erstmal durch die Atmosphäre noch ein bisschen. Genau, zum Start des SLS kannst du vom BER abfliegen. Well played. Da ist leider wahrscheinlich was Wahres dran. Eine Warp-Research-Drohne. Hört auf, die Leute mit den ganzen Warp-Zeugs zu veralbern. Nein, das ist eine Temperatur- und Luftdruck-Research-Drohne jeweils für Minmus und den Moon, weil ich ein Fail-Bob bin und leider irgendwie immer versage, wenn es darum geht, an meine Kommunikations-Satelliten vielleicht mal irgendwie ein Thermometer mit ranzuklemmen, weil es viel weniger kosten würde, als jetzt solche Aktionen hier zu machen. So. Das heißt, jetzt machen wir nochmal so ein bisschen. So, jetzt, wichtiger Part, die Karte. So, keiner braucht dich mehr. So, du bist jetzt designiert die Moonprobe, würde ich sagen. Zack, und dein Kumpel ist das Minmus-Science-Relay. Das war doch einfach. Zack. Cool, oder? So einfach kann man das machen, dass man zwei Satelliten hat, die gleich ihrer Aufgabe nachkommen. So, du fliegst bitte da hin. Tipp, 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 tipp. Und du wirst das wahrscheinlich hier irgendwo machen. Jetzt übrigens, moin. So, zack. Voll, drüb, tipp, tipp, tipp. Sehr schön. So, egal, Space, Space in jedem Mann ist alles quasi. So, da warten wir mal schnell hin, machen das Manöver und dann machen wir den Mimus-Flug. So, dann starten wir mal. Was ist das hier? Okay, dass dein Kumpel nachfümeln muss, genau. Aber jetzt sind wir erstmal dran, auf zum Moon. Das reicht auch locker mit den Probes. Auf dem Manöver bleiben. So, Moon Check. Dann bremsen wir da einmal ein. Aber jetzt sind wir weg. Das ist so relativ gut. Add-Manöver und Bremsung in die Moon Orbit. Auf 30 Kilometer oder so. Ne, ich glaube 30 Kilometer. Ich habe das immer wieder. Wir gehen aber auf 25 Kilometer runter. Da soll man auf jeden Fall safe sein. Zack, zack. Add Alarm. Dann suchen wir mal seinen Weg. Immer nach Gehör fliegen. Genau. Immer nach Gehör fliegen. Das Schöne ist, wir machen das immer noch mit Gewinn. Nicht mit so viel Gewinn, wie wir hätten haben können. Aber für alle zukünftigen, ich brauche mal Signs von Minbus oder ich brauche mal Signs von Moon Dinger, sind wir halt einfach erstmal safe. Set das Target. Oh, ich glaube das sieht ganz viel versprechend aus, dass wir hier nicht groß arbeiten müssen an der Inklination. Das sollte sich hier ein Treffer umarbeiten lassen. Mit ein bisschen übermäßig viel Gas geben. Klappe, Moon. Keiner mag dich. Hallo, Encounter. Thank you. Mit Bar-san, vielen Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten. So, das ist dann eher so Pro-Ride. Kurz einen Moment noch warten. Dann können wir den auch burnen. So, der wird natürlich ein bisschen länger dahin brauchen, aber... Immer noch... Immer noch... Okay. So. So. ich bin ja nicht an seinem manöver bleibt na gut halt 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 freundchen nicht einfach plötzlich abhauen das zählt nicht nur weil es gerade leckt ja ok es ist ein encounter so focus view an der stelle wo wir zufällig daran vorbeikommen sehr weit entfernt aber das ist auch ok bitte einmal bremsen damit wir da bleiben das war ein bisschen zu viel brems ich denke mal mit so 20 km höhe können wir anfreunden so ab damit in den alarm gedöhns heimer rein und dann können wir als erstes ihn hier machen so das sieht doch ganz gut aus genau wie lange mache ich noch ich mache eigentlich am sonntag immer von 18 bis 22 uhr also so ein vier stunden stream damit man also damit auch ich ausgeschlafen die woche starten ihr hoffentlich dann auch also ich hoffe ihr nutzt das dann auch dafür wenn ich bin ich nicht euer vater so genau aber bis 22 uhr also jetzt noch so ungefähr 20 minuten das kann auch sein dass man zehn minuten länger mache andere male kann sein dass ich fünf minuten eher schluss mache aber 22 uhr ist so die ich sag mal die übliche schallmauer in meinem sonntags stream an die ich versuche mich zu halten so er hat auch tatsächlich den hintergrund es gibt viele leute diese serie auch langfristig gucken und man hat nicht immer sonntags zeit und ich muss auch ganz ehrlich sagen ich selber empfinde auch vier stunden wenn man das mal eine woche oder zwei verpasst weil man im urlaub ist weil man keine zeit hat also das ist eine angenehme menge an video material nach zu konsumieren also wenn jetzt irgendwie wenn ich in einer woche 30 stunden hardcore colonization spielen würde und man verpasst mal eine woche den live stream das ist halt unheimlich schwer da wieder reinzukommen von daher finde ich ist das eine sehr sehr faire konstante menge ich glaube vier stunden material pro woche ist sehr sehr fair auch wenn man mal so ins typische let's play business guckt oder sowas aus der ecke komme ich ja ursprünglich mal mit youtube ich glaube das ist ich glaube es ist ein fairer deal ich glaube wirklich ist ein fairer deal es ist genug dass man was zum gucken hat aber es ist halt nicht so dass man direkt abgehängt wird wenn man mal keine zeit hat das und das war so meine überlegung eigentlich dahinter auch so neun minuten noch das dürfte größtenteils retro grad sein versuch sie sehr bis jetzt aufzuholen aber snafu pass ein bisschen auf wenn du versuchst sie auf youtube aufzuholen ich habe relauncht ansonsten gibt es eine sammlung hier auf twitch wenn du meine videos guckst das ist jetzt erst folge elf oder zwölf zwölf müsste es heute sein also versuch nicht die 260 folgen zu gucken um dann festzustellen dass wir gerelauncht haben und ich glaube ich weiß nicht ich glaube man kommt bekommt nur in live streams kürbel dauer das auto aber wenn du auf twitch die worts dir anguckst um aufzuholen kannst du mir gerne mal danach schreiben ob du welche bekommen hast oder nicht weil das ist noch ein neues beta programm ich kann es dir nicht genau sagen ich glaube aber nur in live streams aber es ist kein wissen ich sage mit absicht dass es glauben ich lasse mich gerne eines besseren belehren die anderen 260 folgen sind auch cool um Himmels Willen also genau das ist das ist auch eine gute sache zum anschauen wir sind da relativ weit gekommen ich wollte nur sicherstellen dass niemand denkt so um jetzt das hier gucken zu können muss ich mir erst 260 folgen reinziehen das ist definitiv nicht der fall und es wäre sehr traurig wenn jemand sich dafür raus nimmt ein jahr noch hinterherguckt und dann feststellt so oh nein oh nein hätte ich doch einfach weiter geguckt das möchte ich niemandem antun wirklich nicht dafür schätze ich eure zeit zu wertvoll ein und ich würde auch meine zeit als wertvoll einschätzen wenn ich das gucken müsste und dann feststellen oh nein wie unnötig war das denn so wir gehen auf 25 km einfach runter so mal gucken ob das hier schon reicht ich habe noch eine ziemlich okayische funk verbindung ist gut über was relay ich denn ah über das deep space network das deep space network der eine satelit der eine satelit der so groß ist dass er das ganze deep space network sein kann was eine moderator wurde von einem eine nachricht was wie wo name zahlt wenn du was posten willst ein clip oder ein link der nicht von clips.twitch.tv kommt dann bitte einmal die mods um ein paar mitfragen und dann geben sie dir natürlich gerne dann wirst du auch nicht vom bot gewiped so ach du hast nur irgendwie blöden punkt gesetzt ich wünsche dir auch eine gute nacht das war kein link das war einfach nur der bot der ausgerastet ist sehr schön ach der bot gute nachtnahme zahlen so mal gucken ob das reicht ja das reicht schon für die mission sehr schön dann würde ich sagen lasse ich den sateliten auch direkt in diesem orbit zurück so was sagt der timer der timer sagt als nächstes minmus relay ist dran dann tun wir das doch und dann wird glaube ich unser wie machen wir das mit dem duna fenster ich glaube in drei tagen machen wir dieses bremsmanöver und dann starten wir den duna satelliten noch als abschließende maßnahme für diesen stream so hier können wir jetzt aber erstmal wo der antenne ist draußen check gut dann abflug mein freund cannot autowarp so far das ist schlecht aber wir können natürlich in welche richtung geht es hier da lang einfach den timewarp anwerfen sollte auch ganz gut gehen ich sehe minmus coming so das stinkt nach sphere of influence change weil warum geht er so weit runter ja ein bisschen zeitig rausgegangen so und jetzt müssten wir doch relativ entspannt ans manöver ranworfen können und dann gehen wir retrograd die können wir löschen habe ich im griff so dann bremsen wir einmal runter dann können wir wahrscheinlich auch sofort wissenschaftsergebnisse raussenden sehr gut wir haben auch noch genug delta g mehr als genug sehr schön sehr schön und gleichzeitig haben wir noch zwei neue relay satelliten die ein bisschen unsere deckung im system verbessern so das kann so bleiben was kann man eigentlich mit kerbel dollern kaufen mit kerbel dollern kannst du dir emotes kaufen also für dich ist das zum beispiel laxley eine gute sache soweit ich es verstehe kannst du unten mit den kerbel dollern wenn du eine gewisse menge hast die für 24 stunden emotes freischalten also beziehungsweise nein andersrum mit dem kerbel dollern kannst du dir das ist momentan noch ein bisschen getrennt jetzt habe ich selber durcheinander gebracht ich fahre im moment ein bisschen zweigleisig weil ich das twitch eigene ding ausprobiere über den bot mit den kerbel dollern genau ist die perks liste was man sich damit kaufen kann und mit den science punkten kannst du dir smileys oder sowas holen genau und in der perk liste steht eigentlich alles drin was du dir für die kerbel dollern kannst wow mit meinem eigenen punktesystem verarscht soweit ist es schon ja langfristig werden wir nur noch ein system benutzen aber da muss ich jetzt erstmal gucken wie sich das mit dem mit dem twitch kanal währungszeug entwickelt das ist im moment noch so ein bisschen beta zustand so gut das haben wir auch sehr schön dann freunde einmal kurz ein space center was ist eigentlich der unterschied zwischen dem normalen und dem veteranen kerbel veteranen kerbel sind ein bisschen härter die können ein bisschen mehr ab die haben zum einen optisch natürlich einen orangen anzug weil sie veteranen sind und sie kommen ein bisschen besser mit habitation und frust und sowas klar also sie halten ein bisschen länger durch wenn es hart auf hart kommt und natürlich ist es einfach cool ein veteran zu sein äh ja 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 Ende der liste so jetzt haben wir hier wieder ein bisschen platz an orbital survey of ike mystery guru magnetometer scan wir nehmen das einfach mal material study data mister guru haben wir material study haben wir magnetometer haben wir at least free ich nehme das mal an das kann man schon so machen das kann man auch so machen das kann man auch so machen aber fliegen wir sie ja ja den sicken scan habe ich gesehen aber die anderen man muss halt nur drei sachen von den vieren machen die drei anderen sachen habe ich nämlich so hoffen wir mal dass das funktioniert und diese mission ihren ihren auftrag erfüllen kann nämlich die komplette duner probes kampagne zu erledigen das wäre echt cool das wäre echt wirklich cool wenn das klappen würde so so kurz kurz konnte sich das spiel scheinbar nicht so sehr entscheiden ob wir im hellen oder im dunkeln sind ich würde sagen wir ejecten jetzt schon mal den kerman orbit in zehn tagen geht es los richtung duner ja oder wir warten das kurz noch ab oder also jetzt bin ich ein bisschen committed alles gut könnte natürlich auch einfach direkt hin fliegen nukular das wort heißt nukular ja neo ich habe das wort überhaupt nicht gesagt ich glaube wenn wir noch ein bisschen warten ist besser dann können wir den direkten eject fliegen gibt uns die zehn tage noch und dann machen wir den eject direkt raus nach duner wir müssen uns nicht nochmal fangen lassen das macht mehr sinn dum 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 du kula du wolltest noch mal hören ok einmal kurz die ohren durchgespült so jetzt Zeit auf na wo sie hallo Uhrzeit anyone warum habe ich das gefühl dass das spiel gerade abgestützt ist ah das brauche ich einfach nur einen kurzen Moment ok I did not panic but maybe I panicked Gute Nacht Destroyer viel Spaß mit Stellaris ich werde jetzt noch den Start Richtung Duna auf jeden Fall machen so jetzt ist eine gute Zeit jetzt habe ich nämlich noch den Vorlauf in einem Orbit an der richtigen Position zu erwischen und dann kann ich den Burn schön raus machen mal gucken das kriegen wir jetzt schön ausgesteuert noch denke ich mal ich bin gespannt ich bin gespannt liebe Freunde Mensch das ist doch das ist doch schön Start in die neue Woche mit einem Start nach Duna das kann doch eigentlich nur eine gute Woche werden diese Woche übrigens auch bin ich auch da das heißt wir werden Dienstag leider nicht Seven Days to Die spielen weil diesmal der Jack beruflich unterwegs ist ähm ich werde aber Dienstag was streamen ich weiß noch nicht was ich werde mal was außer der Reihe machen also ich werde nicht KSP spielen ich weiß aber noch nicht genau was ich machen werde da überlege ich mir noch was ähm genau also mal schauen mal schauen ähm und Donnerstag gibt es dann äh äh Kerbel Chaos Doom wie gewohnt ich kann euch soweit ich kann euch soweit spoilern es wird nicht Alien sein haha nope 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 never never ever wird es Alien sein die Antwort ist nie Alien Isolation ok haha uch I overshot a little bit immer noch nicht immer noch nicht immer noch nicht target position and closest approach sehr witzig nicht ich noch noch ob es warten glaube ich oder ich muss ein bisschen anders schießen noch mehr an der umlaufbahn entlang ich glaube so ist der schuss besser da kommen 500 sehr gut wir haben man über da kriegen ich gerade keine signs es haut genau hin dass wir mit den upper stages noch die sache fliegen können wenn ich das richtig sehe okay so 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 Wie gesagt, ich überleg mir bis Dienstag was, was man da Lustiges machen kann, werden wir jetzt sehen. So, das Ding hat auch eine Trust Rate Ratio von 043, das ist auch nicht so brillant, um es mal nett zu formulieren. Warum habe ich das ungute Gefühl, dass ich falsch rum bin für meinen Burn? Sorry, aber die Gelben leben nicht. Hä? Achso, ach, ich bin auch auf der anderen Seite des Planeten, was ist denn los? Nein, es ist einfach noch 14 Minuten Zeitfreund, ich bin auf der falschen Seite des verdammten Planeten. Das ist, ich bin ein bisschen müde mittlerweile schon und habe einfach nicht aufgepasst. Einfach, stumpf, nicht aufgepasst. Ah, ignoriert mich einfach. So, ein bisschen ausrichten, dann hoffen wir mal, dass wir mit der Nummer durchkommen, bevor es mich irgendwie an Atmosphäre zerlegt. So, los geht's. So, der Part geht noch relativ gut. Jetzt kommt der unangenehme Part. Der, für den wir etwas länger brauchen. Ich hoffe, dass uns der nicht weit genug runterdrückt, dass wir durch die Atmosphäre gehen. Dann müssen wir noch eine kleine Pause in den Burn einlegen. Normalerweise müsste das aber eigentlich klappen. Also, es ist auch gut, dass wir so schön tief am Planeten beschleunigen. Hashtag Oberperfekt. Und dann müssten wir eigentlich den Schuss raus nach Donau kriegen. Also, wir müssen aber gegebenenfalls noch ein bisschen nachkorrigieren. So, was macht mir in dem nächsten Staging so ein bisschen Sorgen. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist diese, diese Trustplate. Ich traue den Sachen noch nicht so. So, wir werden aber eh noch ein bisschen Sprit übrig haben. Das ist ganz gut. Dann können wir nämlich mit dem Triebwerk auch noch auf unserer interplanetaren Reise gegebenenfalls ein bisschen korrigieren. Und haben wirklich den kompletten Sprit dieses Gefährds zur Verfügung, um an Duna zu agieren. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr als den kompletten Sprit dieses Gefährds. Eigentlich ziemlich ideal. 79 Kilometer, also das geht gut. Da passiert nichts Schlimmes mehr. Da passiert nichts Schlimmes mehr. Müsste ich im Moment eigentlich sogar wieder anfangen zu steigen in die Höhe. So, wir sind noch nicht ganz raus, glaube ich, aus dem System, oder? Sind wir schon im Eject? Ne, ne? Ne. Noch nicht ganz im Eject. Startfenster läuft. Noch eine Minute Burn. Sieht sehr gut aus, dass wir das hinbekommen. Sieht sehr gut aus. Okay, wir verlassen jetzt. Wir verlassen jetzt die Laufbahn von Körben. Jetzt kommt der Teil, der uns nach Duna bringt. noch nicht ganz da. Da ist der Encounter. Da ist der Encounter. Da ist der Encounter. Hier gibt es 32 Mille, 31 Mille. Und steigt wieder. Okay, aus. Wir sind auf dem Weg nach Duna. Unser Encounter steht in mehr oder weniger 4 Tagen ist unser Fear of Influence Change. Alles gut. Den werde ich nicht als Alarm reinlegen, denn wir müssen als nächstes nochmal eine Mid-Kurs-Correction irgendwo einplanen als Manöwer irgendwo hier. Das machen wir aber im nächsten Stream, wo wir uns damit beschäftigen, wie wir die ganze Kiste noch mal ein bisschen näher an Duna ranbringen. Hier die 86 Meter pro Sekunde sind dafür, glaube ich, ganz gut. Vielleicht kriegen wir auch einen Catch über Ike hin. Das wäre auch gar nicht so zu verachten. Mal sehen. Wir werden uns das alles angucken. Vielleicht, wenn alles gut läuft und wir direkt mit den ersten drei Probes Erfolg haben auf Duna. Vielleicht geben wir uns dann sogar noch eine Ike-Landung. Ich glaube, das könnte eine sehr, sehr interessante und angenehme Mission werden. Und Strom ist überhaupt kein Problem. In diesem Sinne sage ich erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Hardcore Colonization. Tschüss. Mittalism. Spand faat. Taman Marina. hoped bei performed. 五